Zu Anfang noch ein einzelner rechtlicher Hinweis. Was wir jetzt hier machen, ist eine politische Auseinandersetzung oder eine wissenschaftliche mit der Rechtslage im Allgemeinen. Was wir leider nicht leisten können heute, ist Rechtsdienstleistung. Das wäre nämlich eine Prüfung des Einzelfalls und da wir selber keine Rechtsanwälte sind, ist uns das letztlich verwehrt. Wenn ihr spezielle Fragen habt zu ganz speziellen Fällen eurer Art, müssen wir euch leider aus rechtlichen Gründen an die beratende Zunft weiterleiten. Zu mir, ich möchte mich auch gerne kurz vorstellen. Ich heiße David Grünewald, bin jetzt 29 Jahre alt und lebe in Darmstadt. Ich bin ursprünglich mal zum Studieren hergezogen, habe mich dann dort in Maschinenbau eingeschrieben, habe das auch abgeschlossen, bin also von Hause aus gar kein Rechtsanwalt oder Verkehrstechniker, sondern eigentlich Ingenieur einer anderen Disziplin. Aber auch ich muss mich im Straßenverkehr bewegen. Ich bin Verkehrsteilnehmer in allen möglichen Modalitäten, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Verkehr oder auch in ganz seltenen Fällen mit dem Automobil. Ich habe mich in der Zeit meiner Studie auch immer eben mit der Frage beschäftigt, wie bewegen wir uns, wie können wir uns besser bewegen, wie kann das alles gerechter ablaufen. Und in dieser Hinsicht war ich dann auch mit Stefan, der wirklich mich immer auch begleitet hat in all den Positionen, in verschiedenen Vereinen aktiv oder bin es immer noch, wie eben dem Verkehrsclub Deutschland, Wegerecht e.V. oder dem Radentscheid. Aus diesen Gründen kann es auch sein, dass ihr mich aus einer anderen Rolle kennt und heute lernt ihr dann Wegerecht kennen. Wegerecht ist ein Verein, der ist noch verhältnismäßig jung, hat sich erst 2016 gegründet. Wir haben uns zum Auftrag gemacht, die sogenannte gerechte Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmenden, die sich mit dem Fahrrad oder mit Fuß vordergründig fortbewegen, anzusprechen. Ein Stück weit ist die Gründung des Vereins auch Reaktionen auf dessen, was wir in Darmstadt zu der damaligen Zeit so vorgefunden haben. Also eine sehr, sehr stark automobilzentrierte Verkehrspolitik und die Vereine wie VCD oder ADFC, Fuß e.V., die mussten sich eigentlich die ganze Zeit nur mit rechtlichen Fragen rumschlagen, um wenigstens das, was schon Anspruch ist, durchzusetzen. Aber wir konnten nie daran denken, auch mal gestalten, in unsere Stadt und Umwelt einzugreifen. Wir wollten gerne die adoblierten Vereine von der Rolle ein Stück weit entlasten, dass die wieder Verkehrspolitik machen können und wir sind quasi die schnelle Eingreiftruppe, die parallel einfach versucht, Sachen gerade zu rücken und den Diskurs in die Richtung zu lenken, wo er hingehört, dass wir eigentlich Politik machen können und wir sind quasi Infrastruktur für diese anderen Vereine. Ich werde im folgenden Vortrag vier Thesen argumentieren. Die erste These lautet der Vollzug demokratisch erstrittenen Rechts, das Kernbereich des Rechtsstaats. Ich werde argumentieren, dass es eigentlich gar kein so starkes Defizit an Regeln gibt. Wir haben ziemlich viele Regeln, wir haben auch in vielen Teilen ziemlich gute Regeln, wir haben auch Schwächen in den Regeln, aber der große Punkt, an dem es sich eigentlich dreht, an dem es steht und fällt, ist nicht die Regeln, sondern der Vollzug der Regeln, wie wird es konkret umgesetzt vor Ort. Ich habe die These, dass verfassungskonform zustande gekommene Vorschriften, das können Normengesetze unter gesetzliche Regelungen sein. Wenn man die nicht umsetzt, dann handelt man willkürlich und das ist einer Demokratie und dem demokratischen Rechtsstaat unwürdig. Im Gegensatz zum demokratischen Rechtsstaat steht ein Modell, das können wir als Polizeistaat bezeichnen, in dem es Polizei und Ordnungsbehörden keiner Kontrolle unterworfen und handelt nicht nach Recht und Gesetz, sondern willkürlich. Der Vortrag gliedert sich im Wesentlichen in die zwei großen Rechtsgebiete, die beim Straßenverkehr unter Teilnahme am selbigen, vor allem eben als Fußgänger, relevant sind. Das ist einmal das Ordnungsrecht und das ist das Straßenverkehrsrecht. Was die beiden unterscheidet und wo die auch wieder zusammenfließen, werden wir gleich lernen und zuvor machen wir einen ganz kurzen Abriss über die Planungsgrundlagen und die Grundlagen, was eigentlich sozusagen als Basis da ist, damit wir einander wissen, von was wir sprechen. Zum Abschluss werde ich kurz noch darstellen, wie kann man die Dinge, die man vielleicht auch im Verborgenen macht, positiv in die Öffentlichkeit tragen, um auch Unterstützung für seine Handlungen zu finden und zum Schluss machen wir ein kurzes Fazit und gehen dann aber auch relativ zügig in die Diskussion. Ich habe es überschrieben mit Streitfall-Gehweg, denn eigentlich ist es rechtlich ziemlich einfach. Die Straßenverkehrsordnung sieht vor, wer zu Fuß geht, nutzt die Gehwege. Wenn es dann mal keine Gehwege geben sollte, nutzt man eben die Fahrbahn und dann ist eigentlich auch alles gut. Wenn man jetzt Fahrzeuge, das können beispielsweise Fahrräder mitführen oder sperrigere Gegenstände wie einen Kinderwagen, dann sagt das Gesetz sogar, naja, dann muss man unter Umständen die Fahrbahn benutzen, damit andere zu Fuß gehen, denn nicht übermäßig behindert werden. An der Stelle könnten wir den Vortrag beenden, wenn die Infrastruktur, die dieser Annahme zugrunde liegt, so dem Plan entsprechen würde. Im Prinzip ist es so, dass ein Gehweg eigentlich meistens durch den Bordstein von der Fahrbahn abgetrennt ist. Wir haben in der linken Grafik den hellgelb markierten Bereich, das ist der Bewegungsspielraum auf dem Gehweg, also wir haben quasi so eine Schnittdarstellung und auf der Seite, wo dann Grundstücke beginnen, wo Zäune sind, das nennen wir Einfriedung und der Bereich hin zur Fahrbahn nennen wir Sicherheitsraum. Beide Bereiche sind in der Regel nicht explizit auf den Gehwegen erkennbar. In manchen Städten, in manchen Stadtteilen, beispielsweise in Berlin, kennen wir das schon. Da liegt dann so ein Kleinpflaster an der Traufe oder an der Gosse. Das ist genau die Bereiche Einfriedung und Sicherheitsraum. Als unteres Abmaß dessen, was wir eigentlich brauchen, um uns auf dem Gehweg frei zu bewegen, um unter Umständen nebeneinander herzugehen oder um einem anderen Fußgänger oder Fußgängerinnen auszuweichen, brauchen wir einen Mindestbewegungsspielraum von 1,80 Meter und dann eben, wir können nicht einfach direkt Press an der Wand entlang laufen, weil ein Mensch schwankt ja auch noch ein bisschen beim Gehen oder sein Arm kann nur bei einer niedrigen Einfriedung über dem Gartenmäuerchen des Nachbarn her schwingen, aber bei hoher Einfriedung eben nicht. Und je nach Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der Fahrbahn kann auch der Sicherheitsraum größer ausfallen. Zusatzflächen sind vorzusehen, wenn wir weitere Funktionen der Straße haben, die nicht nur das Fortbewegen beinhalten, beispielsweise auch Handel treiben. Das ist eine Sache, die in unserer Gesellschaft sehr eigen ist. Das heißt, vor einem Schaufenster zu verweilen, das braucht einen Platzbedarf. Wenn man eine Bushaltestelle oder ÖPNV im Allgemeinen hat und Fahrgäste warten, brauchen die mehr Raum. Wenn Geschäfte zusätzlich zu ihren Schaufenstern auch noch Waren auf dem Bürgersteig anbieten, braucht es Platz. Der sogenannte Fahrzeugüberhang tritt dann ein, wenn beispielsweise Schräg- oder Senkrechtparken angeordnet ist. Dann kann es sein, dass dann Teile der Fahrzeuge noch in den Sicherheitsraum hineinragen oder auch Kinderspiel braucht Platz. Und all diese Bedarfe sind immer zusätzlich zu dem Raumbedarf des Fußverkehrs zu sehen. Im rechten Bild haben wir dann aber die traurige Realität. Ein Gehweg, der eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, gar nicht mal so schlecht gestaltet, aber komplett zugestellt. Wir haben zum einen die Fahrzeuge, dann haben wir aber auch Mülltonnen, wir haben abgestellte Fahrräder, wir haben Stromverteilerkästen, also eine ganze Menge Dinge, die irgendwie den Raum für den Fußverkehr einhängen. Von denen gibt es ein paar abzutrennen. Die einen kann man sagen, das ist schon in Ordnung, wenn es die dort gibt und bei anderen ist es absolut nicht in Ordnung, wenn es die dort gibt. Ausscheiden sind Kraftfahrzeuge fahrend wie stehend, deswegen ist das geparkt in Klammern und auch fahrende Fahrräder haben in aller Regel nichts auf dem Gehweg verloren. Wo wir aber grundsätzlich sagen können, dass es in Ordnung ist, wenn auf dem Gehweg Schildermasten oder Laternen vorhanden sind, wenn Fahrräder abgestellt werden, wenn Fähr- und Entsorgung sichergestellt ist der Bevölkerung. Natürlich wissen wir, wäre es viel besser, würden die Schildermasten in einem Sicherheitsraum untergebracht, würden Mülltonnen am Fahrbahnrand bereitgestellt zur Abholung, würden Verteilerkästen in Vertiefungen sitzen und für Fahrräder genügend Abstellplätze auf der Fahrbahn sein. Dennoch ist wichtig festzuhalten, die Juristen und Juristinnen unterscheiden eben grundsätzlich und grundsätzlich bedeutet, die Regel ist schon so, dass es nicht in Ordnung ist auf dem Gehweg, all diese Dinge abzustellen oder eben nicht abzustellen. Dennoch definieren sie für beide Fälle Ausnahmen und daran entzündet sich dann der große Streit, was ist noch hinzunehmen und was ist eben nicht mehr hinzunehmen. Wenn wir einen kleinen geschichtlichen Rückblick wagen, sind die Straßen, die wir heute in den Städten vorfinden, eigentlich genau die gleichen geblieben wie vor 30, 40, gar 50 Jahren. Doch waren damals zum Teil weniger Menschen und vor allem weniger Kraftfahrzeuge gleichzeitig unterwegs und die Kraftfahrzeuge waren auch noch kleiner. Das heißt 1978, wie es hier oben mal so angedeutet ist, konnten Radfahrende die Fahrbahn gemeinsam gut mit benutzen, hatten keine Angst. Die Fahrzeuge konnten am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt werden und heute ist es so, dass wir viel größere Fahrzeuge vorfinden. Das ist eben keine Illusion, das ist wissenschaftlich nachweisbar, dass die Fahrzeuge immer stärker anwachsen und dann ist im selben gebauten Straßenraum plötzlich ein ganz großer Streitfall entstanden, weil eben Kraftfahrzeuge hineinragen, weil die großen Fahrzeuge furchteinflößend sind für Radfahrende und dann der Konflikt sich alles in den Gehweg hinein verlagert und da wollen wir den Konflikt eigentlich überhaupt gar nicht haben. Wir wollen eigentlich gar keine Konflikte, aber hier sind sie besonders virulent. Wir können uns dem Problem jetzt auf zweierlei Wege annähern. Zunächst schauen wir ins Ordnungsrecht rein. Das Ordnungsrecht sind eigentlich alle Maßnahmen, die Polizei oder Kommunalpolizei, wir können sie auch Ordnungsämter nennen, in der Regel ausüben. Was wir da ganz, ganz oft hören, ist das sogenannte Opportunitätsprinzip. Jede oder jeder, der schon eine Weile in dem Geschäft unterwegs ist, hat davon schon mal gehört. Ich will es aber dennoch gerne ausführlich darstellen. Wundert euch bitte nicht, wenn auf den Folien sehr viel Text ist. Ich habe die wichtigsten Punkte mal fett markiert und die Folien stehen euch auch zum Download zur Verfügung, damit eben auch nachgelesen werden kann und Mitschriften gar nicht notwendig sind. Im Prinzip haben die Ordnungsbehörden die Pflicht, ordnungswidriges Handeln oder illegales Handeln zu verfolgen und zu ahnden. Und dabei sind sie vom sogenannten pflichtgemäßen Ermessen geleitet. Dennoch gibt es oft den Fall, dass Regeln gar nicht angewendet werden und dort gibt es dann im sogenannten Opportunitätsprinzip das gegenteilige Prinzip des Legalitätsprinzips. Legalitätsprinzip bedeutet, dass von Amts wegen das Gesetz eingehalten wird. Opportunitätsprinzip heißt, dass auch manchmal auf die Rechtsanwendung verzichtet wird. In einigen Fällen ist der bewusste Verzicht auf die Anwendung des Rechts vollkommen legal und nicht zu beanstanden, nämlich immer dann, wenn gar keine Straftat oder Ordnungswidrigkeit vorliegt. Wenn allerdings eine solche vorliegt und dann wird darauf verzichtet aus nicht sachgemäßen Gründen, nennen wir das Willkür und macht eben eine Untergrabung des Rechtsstaats deutlich. Denn die Gewaltausübung und Gewalt, das ist eben auch sozusagen der Zwang gegen Sachen, so Fragen wie Autos abschleppen. Es wird auch unter Gewalt subsumiert. Das darf eben nur durch die Weisung von Recht und Gesetz passieren, aber nicht durch diejenigen Personen, die die Regeln anwenden, die darf nicht selbst auch noch die Regeln machen. Deswegen haben wir auch eine Gewaltenteilung. Grundsätzlich ist es so, wenn es Tatbestände gibt, die beispielsweise im Tatbestandskatalog für die Ordnungswidrigkeiten benannt sind, dann sagt der Gesetzgeber, ich missbillige dieses Verhalten und es ist auch zu ahnden. Was allerdings nicht passieren darf, ist die sogenannte opportunistische Opportunität. Das hört sich jetzt nach Wortdoppelung an, aber das ist eben genau die Opportunität, die nicht statthaft ist. Und diese setzt eben den Bürger oder die Bürgerin der Willkür aus. Letztlich ist es so, dass die Rechtsanwendung keiner Begründung bedarf, aber eben das Recht nicht anzuwenden, das bedarf expliziter Begründung und in dem Sinne handelt eben eine Amtsträgerin oder Amtsträger immer richtig, wenn Tatbestände geahndet werden und eigentlich falsch, wenn sie nicht geahndet werden. Es gibt die Möglichkeit, dass eben Taten gar nicht verfolgt werden, dass man von vornherein das Verfahren niederschlägt oder einstellt. Und geschieht das ohne sachlichen Grund, ist es rechtswidrig. Und das ist nicht nur rechtswidrig, die Personen, die das Handeln vor Ort eben nicht vollzieht, ist ebenso rechtswidrig, wenn Vorgesetzte sagen, ahnde mal nicht, wenn auf dem Gehweg geparkt wird. Da wird nämlich sozusagen das Ermessen zu Unrecht beschnitten. Das führt zum sogenannten Ermessensausfall. Was noch relativ neu in der juristischen Dogmatik ist und hat sich noch nicht ganz durchgesetzt, ist die Frage, machen sich eigentlich Polizistinnen und kommunale Ordnungskräfte einer Mittäterschaft schuldig, wenn sie Verhalten dulden, tolerieren und damit ja eigentlich fördern. Da ja sozusagen das Handeln der Verkehrsteilnehmenden sich ja auch am Kontrolldruck orientiert. Da wo Kontrolldruck nicht mehr vorhanden ist, ist auch wissenschaftlich erwiesen, findet eben auch keine Achtung mehr für Recht und Gesetz statt. Im Vorfeld wurden wir auch oft gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit den Tatbeständen? Wie ist es zu unterscheiden, was für ein Bußgeld wird verhängt? Ich stelle das auch mal als eine ganz allgemeine Grundlage voran. Das Ordnungswidrigkeitsgesetz regelt zum einen die Tateinheit und zum anderen die Tatmehrheit. Bei der Tateinheit, das sind Delikte, wie beispielsweise wenn gehalten wird und dann wird länger als drei Minuten gehalten, das kommt zum Parken, dann war das Halten ein notwendiges Durchgangsstadium und dann können nicht beide Tatbestände gebüßt werden, sondern nur mit der höheren Geldbuße, also in dem Sinne das Parken. Tatmehrheit liegt allerdings vor, wenn verschiedene Tatbestände verwirklicht sind, beispielsweise wenn ein Kraftfahrzeug auf dem Gehweg fährt und dabei der Fahrer telefoniert, dann wird das Telefonieren zu ahnden sein, allerdings auch das Benutzen des falschen Teils der Straße. Uns bleibt also in dem Sinne offen, uns darüber zu beschweren, dass Recht nicht angewendet wird. Das Beschwerderecht ergibt sich aus dem Grundgesetz, denn dort hat eigentlich jeder Mensch das Recht sich einzeln oder auch in der Gruppe, das können noch hier Vereinigungen sein wie Wegegerecht e.V. oder VCD, FUS e.V. oder ADFC schriftlich mit Bitten und Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Überschrieben ist es mit Fach- und Dienstaufsichtsbeschwerde. Einerseits die Fachaufsichtsbeschwerde, die ist immer dann anzustrengen, wenn fachlich falsch entschieden wurde oder das Ermessen entfallen ist. Klassisches Beispiel, es wird so geparkt, dass es ein Fall fürs Abschleppen wäre. Es wird nicht abgeschleppt, dann ist fachlich falsch entschieden worden, nennt sich Fachaufsichtsbeschwerde. Kommt man mit dem Beamten ins Gespräch und die pumpen einen an, erklären sie mir nicht mehr einen Job und behindern sie nicht die Maßnahme und so weiter und reagiert also eigentlich so auf menschlicher Ebene unangemessen, dann ist eine Frage der Dienstaufsicht. Beide Verfahren können miteinander verknüpft werden und sind eigentlich an keine Formvorschriften gebunden. Es reicht eine einfache E-Mail an die Vorgesetzten beispielsweise, beim einfachen Ordnungskraft vor Ort wäre dann Oberbürgermeisterin oder Landrat, je nachdem wo die Ordnungsbehörde angesiedelt ist, die richtige Stelle. Genauso wäre es bei der Polizei eben das Innenministerium und man muss auch nicht ganz klar präzisieren, will man jetzt in der einen oder anderen Beschwerdelogik sein, da eben die Formfordernisse sehr gering sind. Folgen von Beschwerden können sein, im besten Fall erkennt die handelnde Stelle ihr Unrecht, hilft der Beschwerde in dem Sinne ab, dass sie das Unrecht als solches benennt und dann ist die Aussicht auf Erfolg beim nächsten Mal sehr gegeben. Am Anfang wird allerdings der zweite Fall wahrscheinlicher sein, die Aufsicht weist die Beschwerde zurück und dann wissen wir, ab da ist nicht mehr die einzelne Beamtin oder der einzelne Beamte vor Ort unser Ziel der Beschwerde, sondern die Leitung der Behörde oder ihre politische Spitze. Ich finde es sehr wichtig, sich klar zu machen, dass die Leute vor Ort letztlich Weisungen ausführen und in der Regel gibt es von weit oben Ansagen, das eben nicht zu ahnden ist und man braucht nicht Kräfte vor Ort, die Karriere schwer zu machen und man macht sich letztlich auch keine Verbündeten, wenn man den einzelnen Beamten vor Ort Verfehlungen vorwirft, sondern man muss immer auf die Spitze zielen. Im Vorfeld wurde ich sehr stark gefragt, was gibt es im Ordnungsrecht jetzt für Möglichkeiten neben den klassischen Anzeigen. Wie kriege ich es hin, dass Fahrzeuge vom Gehweg tatsächlich verschwinden und das ist ja nicht auch das, was wirklich gemacht werden soll. Dazu haben wir das erste Praxismodul, das ist Umsetzen und Abschleppen. Umsetzen und Abschleppen bezeichnen fast dasselbe. In beiden Fällen wird ein Fahrzeug aus dem öffentlichen Verkehrsraum an einen anderen Platz verbracht. Beim Umsetzen ist es so, dass das Fahrzeug von einem nicht legalen Stellplatz an einen legalen Stellplatz im öffentlichen Straßenraum gelangt und beim Abschleppen ist es so, dass es aus der öffentlichen Verkehrsfläche als solches entfernt wird. Das ist dann klassischerweise die Verwahrstelle bei der Polizei oder der Betriebshof eines privaten Abschleppunternehmens, das in öffentlichem Auftrag handelte. Es ist immer zu prüfen, ob bevor abgeschleppt wird oder umgesetzt wird, mildere geeignete Mittel eingesetzt werden können. Beispielsweise kann das sein, wenn die Gefahr auch anderweitig beseitigt werden kann, dann kann und letztlich muss auch ein milderes Mittel zur Anwendung kommen. Umsetzen und Abschleppen kann immer nur hoheitlich angeordnet werden, also entweder durch die kommunale Polizei. In manchen Städten heißt es auch städtische Verkehrspolizei, Ordnungsamt. In der Regel ist es ganz leicht erkennbar und die klassische Landespolizei habe ich hier mal kurz mit Polizei bezeichnet und auch andere Vollzugsbehörden wie eben die Bundespolizei und die könnte das auch anordnen, aber in der Regel haben wir mit den kommunalen Kräften zu tun oder mit der Landespolizei. Letztlich ist das Abschleppen immer daran geknüpft, ob es eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gibt. Hier sind insbesondere Verkehrsgefährdungen oder starke Behinderungen und wenn diese auch zu befürchten sind. Es ist nicht immer notwendig, dass die Gefährdung konkret schon eingetreten ist. Es kann auch ausreichen, wenn das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Wie gesagt, es steht zu prüfen, ob auch abgeschleppt werden muss, das sozusagen das Pflichtgemäße ermessen. Der Beamte vor Ort kann auch zum Schluss kommen, das nicht abzuschleppen ist. Wenn er seine Maßnahmen richtig abgewogen hat, kann auch das gelegentlich rechtmäßig sein. In dem Fall ist es also lediglich eine Einzelfallprüfung. Wie gesagt, gibt es mildere Mittel zum Abschleppen. Das ist das Umsetzen. Das ist darin begründet, dass das Fahrzeug dann nicht auf dem Betriebshof oder der Verwahrstelle mehrere Tage bleibt. Dort auch Gebühren auflaufen, die noch höher ausfallen für Betroffene und wenn eben ein Platz im öffentlichen Verkehrsraum in nächster Nähe besteht, dann ist das Fahrzeug auch dorthin zu verbringen, also umzusetzen. Bei vielen Gesprächen vor Ort wird auch immer wieder deutlich, dass die Ansicht vertreten wird, ein Strafzettel sei ein milderes Mittel. Dem ist nicht so, denn der Strafzettel ist nicht geeignet, um die Gefahr zu beseitigen. In dem Fall ist das Ordnungsrecht nämlich auseinanderfallend zum einen in die Gefahrenbeseitigung und zum anderen in die Frage der Wüßung von Tatbeständen. Wenn abgeschleppt wird, wird immer auch ein Strafzettel gefertigt. Der stellt die Strafe dar und das Abschleppen. Dafür fallen Gebühren an. Die sind in dem Sinne aber keine Strafe, sondern lediglich die Auslagen der Verwaltung und der Abschleppdienstunternehmen da ja auch Kosten auflaufen. Summa summarum sind in der Regel etwa 200 Euro Auslagen und Gebühren zu zahlen zusätzlich zum Strafzettel und da schrecken eben auch manche Ordnungskräfte vor Ort zurück, weil sie der Ansicht sind, eine so hohe Strafe ist für ein so niedriges Delikt nicht angemessen und da wird eben nicht verstanden, dass die Abschleppgebühren eben keine Strafe darstellen. Es gibt viele Fälle, in denen abzuschleppen ist. Ich habe hier mal die Fälle aufgelistet, die einheitlich für Berlin und Darmstadt gelten. Warum für Darmstadt, das erkläre ich vielleicht auch ganz kurz anekdotisch. In Berlin gibt es die Regeln schon sehr lange. In Darmstadt haben wir einfach mal nachgefragt, welche Regeln wenden sie an und haben mal die Abschlepprichtlinie von Berlin mit beigefügt und am Ende wurden dann auch alle Regelfälle übernommen, weil die auf der ständigen Rechtsprechung und den gefestigten herrschenden Lehre basieren. Dort gibt es eine ganze Menge Regelfälle. Die fettmarkierten sind die, die uns heute interessieren, aber natürlich ist Abschleppen auch dann angezeigt, wenn beispielsweise auf Bereichen für den öffentlichen Nahverkehr bei Schienenbahnen geparkt wird, in zweiter Reihe auf Sonderparkplätzen für Schwerbehinderte oder aus allen anderen möglichen Gründen, die eben hier bezeichnet sind. Die Abkürzungen, Zeichen 283 oder Z237, das sind immer die Verkehrszeichen aus der Straßenverkehrsordnung, also die Schilder, die wir so kennen. Seht es mir nach, wenn ich jetzt nicht alle Schilder hier aufliste. Aber im Prinzip ist es sehr einsichtig. Da, wo es einfach durchs Parken gefährlich ist, ist das Umsetzen und Abschleppen angezeigt. In dem Sinne ist beispielsweise bei Behinderungen des Fußverkehrs und hier heißt es eben erhebliche Behinderungen, es abzuschleppen, so wie bei Fußgängerüberwegen, also den klassischen Zebrastreifen. Bei Kreuzungen, Einmündungen im sogenannten Fünf-Meter-Bereich ist das Parken ja ohnehin verboten und genau diese Flächen sind dafür da, dass Personen eben die Straßenseite wechseln können, dass sie queren können, dass sie rechtzeitig erkannt und gesehen werden und aus diesen Gründen ist es dann notwendig, dass unter Umständen auch abgeschleppt wird. Ich habe gerade parallel gesehen, dass es mit der Kamera Schwierigkeiten gibt. Ihr hört mich aber hoffentlich gut und habt mich auch schon gesehen, wir werden den Stream gleich wieder herstellen. Deswegen mache ich weiter mit der Frage, wann ist das Abschleppen rechtmäßig? Dazu gibt es eine ganze Reihe Urteile. Wie ihr seht, decken sich die Urteile im Wesentlichen mit dem, was ich vorher genannt habe. Also kann man davon ausgehen, dass die Rechtsprechung, die auch von ganz unterschiedlichen Gerichten bundesweit so geprägt ist, da gefestigt ist und eine Beschwerde eines Fahrzeugführers keine Aussicht auf Erfolg hat, wenn abgeschleppt wird. Dann kommen wir in die Praxisphase. Wie schleppen wir jetzt tatsächlich ab? Letztlich müssen wir anrufen bei Kommunalpolizei oder Landespolizei. Ein Anruf führt gar keinen Weg vorbei. Eine E-Mail, die wird nicht rechtzeitig gelesen. Ein Brief kommt gar nicht erst an, bis die Sache wieder beseitigt ist. Persönlich vorsprechen unterstreicht dann, dass es letztlich nicht allbedürftig ist. Also ist es notwendig, dass man ein Mobiltelefon bei sich hat und dann bei der Kommunalen Polizei anruft. Man kann auch bei der Landespolizei anrufen. Telefonnummern finden sich in der Regel auf der Website der Stadt. Man kann die auch im Vorfeld mal recherchieren, ins Handy einspeichern und dann im Fall der Fälle einfach die Kurzweil wählen. So ein Gespräch kann so ablaufen. Man macht es, wie es üblich ist. Man begrüßt die Gegenseite und benennt dann, was vorliegt. Ich habe es jetzt hier mal am sogenannten Fünf-Meter-Bereich, also an den Einmündungstrichtern von der Straße festgemacht und dann sage ich einfach auf der Kreuzung Straße XY, Hausnummer so und so parken zwei Fahrzeuge. Man sollte auch da immer darauf achten, dass der Ort unmissverständlich verstanden wird. Bei sehr großen Städten ist es auch hilfreich, noch den Bezirk oder das Viertel mit zu nennen. Das kann man auch sehr leicht vorab recherchieren und man sollte auf jeden Fall Straße und Hausnummer nennen, denn viele Straßen sind vor allem in größeren Städten erheblich lang und dann ist nicht immer eindeutig, wo eben der Einsatz notwendig ist. Man bezeichnet also den Tatbestand und dann ist es wichtig festzuhalten, dass es sich um einen Regelfall fürs Umsetzen und Abschleppen handelt. Ich habe das deswegen kursiv gedruckt, weil es sozusagen ein Stichwort ist, eine geschulte Beamtin oder Beamter wird sofort erkennen, okay, ich habe jemanden gegenüber, der weiß oder sie weiß, von was gesprochen wird und dann folgt sofort die Durchgabe des Kennzeichens und da muss man sehr deutlich artikulieren. Im besten Fall sagt man nicht DA, sondern Dora Anton, Xantippe Xantippe 1, 2, 3, 4 in dem Fall, also macht sich ein bisschen das Alphabet zunutze, wie es eben auch beispielsweise im Militär genutzt wird, damit eindeutig zu verstanden ist, um welches Fahrzeug handelt es sich und dann kann man es noch weiter konkretisieren mit Modell und Farbe und das macht man eben für alle fraglichen Fahrzeuge. Dann verknüpfen wir uns mit einer Bitte, bitte senden Sie eine Streife, um das Abschleppen vor Ort anzuordnen, sofern Fahrer oder Fahrerinnen nicht rechtzeitig oder nicht zu ermitteln sind. In dem Fall gibt man eigentlich auch seine Erwartungshaltung gleich mit, denn mit dem Kennzeichen können die Ordnungsbehörden die Besitzerin oder besser den Halter vom Fahrzeug ausfindig machen. Handelt es sich beispielsweise um Fahrzeug, das einer Privatperson gehört und die wohnt in unmittelbarer Nähe, wird das gleich nochmal wichtig. Wenn man das nicht gleich mitgibt, dann verzögert sich eben die Maßnahme, weil dann eben Kennzeichen und Halterfeststellung unter Umständen erst vor Ort beginnt. In dem Fall können beide Prozesse parallelisiert verarbeitet werden. Also einerseits wird eine Streife entsendet und der Innendienst oder Disposition übernimmt die Ermittlungen der Halterin oder des Halters. Am Ende wird sich bedankt und dann noch auf Rückfragen gewartet. In der Regel kommen dann aber eigentlich keine größeren Rückfragen. Und was man dann machen kann ist, entweder man geht seiner Wege oder man bleibt vor Ort. Wenn man vor Ort geblieben ist, wartet man eben, dass die Kommunalpolizei eintritt und dann ist mein Rat aus der Praxis, der hat sich wirklich bewährt und ich bitte euch gerade in der Anfangsphase, nehmen das richtig ernst, haltet euch im Hintergrund. Geht am besten um die Straßenecke rum, auf die andere Straßenseite. Sucht euch ein lauschiges Plätzchen zum Sitzen und beobachtet lediglich das, was passiert. Sprecht nicht die Beamtin oder den Beamten an, lasst sie einfach ihre Arbeit machen. Zum einen beschleunigt das die Arbeit der Beamten und es legt auch offenbar, ob sie aus eigenen Ermessensspielräumen letztlich zu ihrer Entscheidung kommen oder ob sie euch letztlich auch als Störer sehen. Der Maßnahme, den Polizistinnen und Polizisten reagieren häufig mit Androhungen von Strafverfahren unter Umständen als Widerstand gegen Verstreckungsbeamte, ob das irgendwie glaubhaft ist, sei dahingestellt. Und man sollte auch tunlichst vermeiden, Fotografien anzufertigen mit Personen drauf, da da eben Persönlichkeitsrechte verletzt sein könnten oder lediglich der Anschein besteht, dass sie es könnten. Und dann kann sein, dass die Polizei die Maßnahme einstellt und sich gegen euch als Zeuge richtet und ihr dann plötzlich in einem Verfahren hängt. Das ist zu vermeiden. Was ihr machen könnt, ist das Kennzeichen des Streifenwagens zu notieren. Das kann nochmal wichtig werden, in der Regel soll das aber nicht wichtig sein. Dann beobachtet ihr einfach und dann seht ihr ja ganz einfach, wird ein Strafzettel geschrieben oder wird die Umsetzung veranlasst. An welchen kann man das erkennen? In manchen Städten unterscheiden sich die Blöcke, auf denen geschrieben wird. Da gibt es einen grünen Block, da wird keine Umsetzung veranlasst. In roten, da wird eine veranlasst. Oder man sieht es daran, wird nur ein Zettel hingehängt und gleich wieder weggefahren. Dann kann man auch davon ausgehen, dass keine Umsetzung veranlasst wurde. Dann folgt der zweite Anruf bei der Leitstelle und dann begrüßt man wieder und dann sagt man, jawohl, ich habe eben einen Einsatz ausgelöst, dann kann man die Uhrzeit nennen und dann wird es auch in der Regel wieder zuordnbar sein, nennt wieder die Örtlichkeit und dann wiederholt man letztlich einfach, was es sich handelt, einen Regenfall und dann kann man auch sagen, dass eine Streifer bereits vor Ort war. Damit ist sichergestellt, dass die Leitstelle weiß, ist die Maßnahme tatsächlich nicht veranlasst worden oder ist sie einfach als nicht zu eilbedürftig hinten angestellt worden. Wenn man sagen kann, die Streifer war bereits da und ist wieder abgefahren, dann kommt man eben in die Frage rein, wurde jetzt richtig gehandelt. Dann ist wichtig darauf hinzuweisen, dass es sich bei einem Strafzettel allein eben nicht um ein geeignetes Mittel handelt, weil es eben keine Gefahrenbeseitigung darstellt und damit ist es eben auch kein milderes Mittel. Das mildere Mittel, das gleichzeitig geeignet ist zum Abschleppen, das hatte ich schon gesagt, dass das Umsetzen oder Fahrerinnen oder Fahrer fahren selbstständig weg. Wenn jetzt beispielsweise die Kommunalpolizei Fahrerinnen zu Hause erreicht hat oder im Telefonbuch eine Nummer hatte, angerufen hat und die fahren alleine weg, dann ist es auch für die schadensmildernd, weil eben nur eine vermiedene Umsetzung oder allenfalls eine begonnene Umsetzung in Rechnung gestellt werden kann. Und dann lässt man die Frage offen und fragt, wie verfahren wir weiter? Es kann sein, dass die Leitstelle dann sagt, jawohl, da haben Sie recht, wir prüfen das nochmal, wir fahren nochmal raus und dann wird man wohl auch abschleppen oder eben die milderen geeigneten Mittel ergreifen. Falls das nicht der Fall ist, dann gibt es jetzt nur noch einen Weg, man geht direkt an die Vorgesetzten und man lässt sich von der Leitstelle unmittelbar an die Vorgesetzten der dort Wachhabenden verbinden. Auch in den Abendstunden beispielsweise, wenn man bei der Landespolizei anruft, gibt es immer irgendeine Wachleitung, Wachführer, Schichtleitung, die eben nicht am Telefon ist mit der Leitstelle und dahin lässt man sich verbinden und dann kann sein, dass mal den Fall noch ein drittes Mal schildern muss. Das ist dann ganz schön ermüdend, das kann auch zeitraubend sein, aber letztlich braucht man langen Atem, Hartnäckigkeit und man muss sehr freundlich und klar, die kollegen, was man will. Falls auch das nicht geht, geht der Weg über die bereits angesprochene Fachaufsichtsbeschwerden. Ich hatte eben den Begriff angesprochen, was ist die Umsetzung und jetzt habe ich einen neuen eingeführt, die vermiedene Umsetzung. Ich zitiere hier mal aus einer Vorschrift vom Polizeipräsidenten zu Berlin. Da ist es so definiert, die vermiedene Umsetzung ist gegeben, wenn beispielsweise Halterin oder Halter erreicht wurde und dann die Umsetzung vermieden werden konnte, indem das Fahrzeug selbst weggefahren würde. Da fallen dann geringere Kosten an, allerdings fallen auch da Verwaltungskosten an, da eben jemand rausfahren musste, da auch Beweise erhoben werden mussten. Nur ist dann nicht mehr das Abschleppunternehmen zu beauftragen. Ist das Abschleppunternehmen allerdings schon beauftragt worden und dann taucht Halterin oder Halter auf, dann handelt es sich nicht mehr um eine vermiedene Umsetzung, sondern um eine Leerfahrt, in dem Fall, wenn das Fahrzeug noch nicht am Haken hängt. Wenn schon vorbereitende Maßnahmen wie Ausfahren der Stützpfeiler oder das Entfernen der Radkappen vorgenommen wurden, dann handelt es sich um die begonnene Umsetzung und wenn es tatsächlich auf dem Abschleppfahrzeug steht, dann ist es die durchgeführte Umsetzung und entsprechend fallen dann gestaffelt Preise an. Beispielsweise ist es auch so, wenn zwei Fahrzeuge umzusetzen sind und die fahren beide weg, dann wird die Leerfahrt zwischen beiden geteilt. Was passiert eigentlich, wenn das Ordnungsamt nicht zu erreichen ist? Alternativ steht immer die Möglichkeit offen, dass die Landespolizei einschreitet, denn sie hat letztlich die gleichen Befugnisse und sie ist auch immer verpflichtet, mit anderen Stellen zusammenzuarbeiten. Hier ist es so, man kann auch die Landespolizei in Abendstunden anrufen, denn wenn die Leitstelle der Kommunalpolizei nicht mehr besetzt ist, heißt das nicht, dass gar keine Kommunalpolizei mehr draußen auf Streife ist. Die haben dann interne Wege und können dann Fahrzeug schicken oder kommen eben selber. Letztlich ergibt sich das aus der Pflicht zur Vollzugshilfe oder der Eilzuständigkeit, normiert in Hessen im hessischen Gesetz über Sicherheit und Ordnung, ist aber auch in allen anderen Ländergesetzen, weil das Polizeiwesen eben föderal organisiert ist, identisch zu finden. Daher sind die Gesetze und Normen ein bisschen anders, aber das ist bundesweit einheitlich. Auch hier kann man das Telefongespräch beginnen mit Guten Tag, gern hätte ich die Kommunalpolizei erreicht. Leider geht dort niemand ans Telefon und damit vermeidet man eben nervige Rückfragen oder dass sie einem eine Nummer nennen, an die keiner mehr rangeht. Und auch da verläuft das Gespräch ansonsten dann genauso wie vorbezeichnet. Genau einen Ort benennen. Landespolizei ist es auch noch sehr wichtig, die Stadt dazu zu nennen, da die Bezirke oder Polizeipräsidien gerade in ländlichen Gebieten sehr, sehr groß sein können und eine Hauptstraße 5 gibt es eben in ganz vielen Orten in deren Vollzugsgebiet. Dann wurde ich im Vorfeld gefragt, was passiert eigentlich, wenn man die Polizei oder die Kommunalpolizei bestellt hat und dann feiert der Autofahrer zwischenzeitlich weg. Dann passiert eigentlich gar nichts. Ihr habt keine Nachteile zu fürchten. Es kann sein, dass die Polizei euch allerdings zurückruft. Wenn ihr beispielsweise mit dem Handy angerufen habt, haben die immer eure Nummer. Dass gar nichts Schlimmes, da einfach rangehen und das schildern. Denn auch die prüfen letztlich auch nur bei gründlicher Verwaltungsführung. Habe ich die Straße richtig verstanden? Vielleicht handelt es sich um Missverständnis. Vielleicht ist das Fahrzeug aber auch tatsächlich weg. Und dann wird der Einsatz storniert und dann ist die Sache auch zu Ende. Ihr habt keine Konsequenzen zu fürchten, dass ihr irgendwie an Einsatzkosten beteiligt werdet. Solange ihr nicht missbräuchlich Notrufeinrichtungen nutzt und nicht irgendwas zusammenlügt, dann ist das kein Problem. Ihr könnt euch aber natürlich vorab noch ein Foto machen vom falsch abgestellten Fahrzeug und dann beispielsweise eine Ordnungswidrigkeitsanzeige im Nachhinein fertigen. Und damit habt ihr auch einen Beweis, dass der Einsatz nicht unrechtmäßig war. Ebenfalls ist es immer erlaubt, auch die 110 zu nutzen, also den Notruf. Denn es handelt sich ja um die Abwehr einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Wir hören auch immer aus den Bereichen der Polizei letztlich lieber einmal zu viel gerufen als einmal zu wenig. Und wenn ihr die 110 nutzt, dann habt ihr auch den Vorteil, dass auch das erste Gespräch schon aufgezeichnet wird. Denn wenn es dann später zu Dienst- oder Fachaufsichtsbeschwerden kommen sollte, kann auch die interne Revision oder die interne Ermittlungen der Polizei das Gespräch sich nochmal hochziehen, kann das nachhören und kann dann eben feststellen, jawohl, das war alles in Ordnung oder es war es eben nicht. Eingangs hatte ich dargestellt, abschleppen können nur hoheitliche Dienste. Also die richtige Polizei oder die kommunale Polizei, das sind meistens Hilfspolizeibeamte. Was allerdings nicht passieren kann, ist, wenn private Sicherheitsdienste im Spiel sind. Die haben keine hoheitlichen Befugnisse und auf die können auch keine hoheitlichen Befugnisse übertragen werden. Leider kommt es in einigen Städten vor, dass gerade zur Überwachung des Parkraums private Sicherheitsdienste eingesetzt werden. Bei denen ist das Problem, die können zum einen gar keine wirklichen Anzeigen fertigen, die sind rechtswidrig. Genauso können die keine Umsetz- und Abschleppmaßnahmen vornehmen. Wenn ihr also erkennt, dass letztlich private Sicherheitsfirmen im Einsatz sind und so war das in Darmstadt auch eine Weile, ist es eigentlich mittlerweile nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts in Frankfurt am Main ganz klar zu sehen, dass es nicht sein darf, dass es unrechtmäßig ist. Und ein entsprechender Gerichtsbeschluss hat nicht nur in Frankfurt am Main die privaten Sicherheitsdienste hinweggefegt, auch in Darmstadt sind dann in der Folge die Verträge mit den Sicherheitsfirmen gekündigt worden. Die Menschen, die dort beschäftigt sind, sind keinesfalls arbeitslos geworden. Die wurden gerade ermuntert, sich für den Dienst in der richtigen Hilfspolizei zu bewerben und dort dann auch hoheitlich tätig zu werden, weil sie ja letztlich auch schon ein Stück weit eingearbeitet wurden. Jetzt sollten wir auch bei YouTube wieder dabei sein. Danke für eure Geduld. Ich glaube, an den hohen Temperaturen wird auch mal ein Rechner in die Knie gezwungen oder wir werden im Nachgang vielleicht auch rausfinden, wie es weitergeht. Ihr habt in der Zwischenzeit allerdings nichts verpasst. Wir wurden direkt aufmerksam gemacht, dass der Stream hin. Ich gehe nochmal zurück zur Frage der privaten Sicherheitsdienste. Wie gesagt, es kann vorkommen, dass in einzelnen Städten private Sicherheitsdienste in Anschein von Polizeibeamten geben und dort aber Handlungen durchführen, die hoheitliche Aufgaben sind, beispielsweise bei der Überwachung von Parkraum. Das Oberlandesgericht in Frankfurt hat festgestellt, dass das nicht rechens ist, dass es nicht passieren darf und dass die hoheitliche Aufgabe, die Anwendung des Ordnungsrechts, nicht delegierbar ist an private Mitarbeiter, schon mal gar nicht mit dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. In dem Fall kann es also sein, dass in einigen Städten in Deutschland das vielleicht noch gehandhabt wird. Da kann ich euch wirklich empfehlen, da mal einen freundlichen Hinweis an das Justiz oder Innenministerium des jeweiligen Bundeslandes zu geben. Dann wird auch eine Praxis in einer Kommune ganz schnell beendet werden. Der Vorteil am Beenden einer solchen rechtswidrigen Praxis ist natürlich, dass die Kräfte, die vorher nur per Arbeitnehmerüberlassungsgesetz beschäftigt waren, zum einen im Dauerarbeitsverhältnis überführt werden, also sozial gerecht beschäftigt sind. Und viel wichtiger für unsere Zwecke ist natürlich, dass auch die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, das Anordnen von Umsätzen und Abschleppen dann rechtens ist und auch stattfindet. Dass die Sache nicht ganz kostenlos ist, hat auch Frankfurt am Main und auch Darmstadt lernen müssen. An Darmstadt war die Rede von 1,5 Millionen Euro von Knöllchen, die eben nicht rechtens waren und auch da wird also kein Kämmerer oder Kämmerin oder Finanzdezernent und so weiter da ein Auge drauf haben und sagen, das lassen wir so durchgehen. Eine weitere Sache, die euch offen steht, neben das Abschleppen und Umsetzen anzuregen, ist eben die Ordnungswidrigkeitsanzeige. Die ist dadurch gekennzeichnet, dass nur im Nachgang verfolgt wird, also die Fahrzeuge bleiben erstmal an Ort und Stelle. Das ist also kein eilbedürftiges Verfahren, sondern wird eben dann, wenn die Behörde Zeit hat, abgearbeitet. Da es ein Massendelikt ist, ist es meistens nicht damit getan, einfach nur einmal etwas zur Anzeige zu bringen, dann wiederholt sich das Delikt nie wieder. Wir haben einen großen Kreis von Betroffenen, wir haben einen großen Kreis von Verstößen und deswegen sollte man sich da Online-Tools zu Hilfe nehmen. Der neue Shootingstar an der Stelle ist wegli.de, ich habe es auch verlinkt. Das ist eine Anwendung, die auf eurem Smartphone, im Browser funktioniert oder auch am PC zu Hause und die unterstützt euch in allen Belangen beim Ausfüllen der Formulare und beim Übermitteln der Anzeigen, unterstützt letztlich auch die Ordnungsämter beim effizienten Abarbeiten der Anzeigen von seitens Privater. Am rechten Rand ist mal ein Screenshot. Ich höre gerade ein Signal, dass wir vielleicht doch nicht mehr drauf sind. Wir werden es nochmal prüfen. Ich höre jetzt, dass es wohl weitergehen kann. Gebt gerne im Chat nochmal Nachricht, wenn es doch nicht der Fall ist. Ihr solltet mich jetzt wieder verstehen. Wie gesagt, das ist die Frage, wie zeige ich an und da ist Wegli das Mittel der Wahl. Es hilft euch bei einem Foto aus dem Smartphone, Ort, Zeit, Tatbestand und so weiter zu ermitteln. Es kann sogar die Kennzeichen mittels automatischer Bilderkennung einlesen. Manchmal muss man das ein bisschen nachkorrigieren, aber meistens funktioniert es sehr gut. Ebenso Fahrzeugmarke und Farbe und dann hat man eigentlich auch schon alles beieinander, was man braucht. Und anhand der Örtlichkeit wird automatisch auch ermittelt, welches Ordnungsamt ist zuständig. Fährt man beispielsweise mit dem Fahrrad in eine fremde Stadt, geht da zu Fuß, wird dort behindert. Dann kann man auch dort Anzeigen fertigen, die dann ihren richtigen Weg finden. Man kann auch erstmal viele Fotos machen und das dann in Ruhe zu Hause übertragen. Da geht einem nichts verloren. Auch da ist ein Massen-Upload möglich, kann dann die Fotos den einzelnen Tatbeständen zuordnen und das absenden. Was vielerorts noch bekannt ist, ist die App Wegeheld. Die wird absehbar nicht mehr weiterentwickelt oder auch in Wegli aufgehen. Das ist den Entwicklern überlassen. Und deswegen, wenn ihr heute schon die neuesten Tools und Sachen nutzen wollt, dann nutzt Wegli. Dann wurde ich gefragt, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich eine Anzeige schreibe? Taucht dann mein Name auf dem Bescheid auf, den der Betroffene erhält? Da kommt es darauf an, welche Art von Bescheid haben wir vor uns. Zum einen gibt es den sogenannten Anhörungsbogen und zum anderen gibt es den Bußgeldbescheid. Die unterscheiden sich darin, dass wenn einem eine rechtswidrige Tat vorgeworfen wird, wird man erst dazu gehört. Und wenn dann kein Einspruch oder keine Äußerung zur Sache erfolgt und der nicht abgeholfen werden kann, dann ergeht ein Bußgeldbescheid. Im Anhörungsbogen wird in der Regel schon sehr genau bezeichnet, um welche Art von Ordnungswidrigkeit an welchem Ort, mit welchem Fahrzeug, an welcher Stelle es sich handelt. Dort finden sich dann die Tatbestände aus dem Tatbestandskatalog wieder. Ich habe hier rechts mal eine Abbildung drin, habe alle personenbezogenen Daten geschwärzt. Und da heißt es dann, sie parken verbotswidrig auf dem Gehweg, Rechtsgrundlage § 12 Absatz 4 StVO, § 49 StVO, 24 Straßenverkehrsgesetz und 52a Bußgeldkatalog. Darunter Beweismittel, Doppelpunkt, Zeugenfoto. In manchen Kommunen, in manchen Bundesländern steht an der Stelle tatsächlich im Anhörungsbogen Name und Anschrift der Privatperson, die es zur Anzeige gebracht hat. Und dem sind wir mal nachgegangen, ist es eigentlich rechtens? Und in Hessen hat der Datenschutzbeauftragte gesagt, nein, es ist nicht rechtens, im Anhörungsbogen bereits den Zeugen mit all seinen personenbezogenen Daten zu nennen. Denn der Anhörungsbogen dient erstmal nur darin, dem Beschuldigten die Möglichkeit zu geben, sich zur Sache zu äußern. Dann, dass es ihm vorgeworfen wird, dass ein Zeuge existiert, das kann er schon wissen, dass ein Foto existiert, aber er muss nicht sofort wissen, wer es war. Denn wenn die Anhörung erfolgt, dann besteht auch die Möglichkeit, dass der Betroffene direkt ein Verwarngeld bezahlt. Das fällt meistens etwas niedriger aus als das entsprechende Bußgeld. Es fallen auch weniger Gebühren und Auslagen an. Dann ist die Sache für beide Seiten schneller aus der Welt. Das hilft nämlich auch der Behörde, dass sie letztlich die Beweispflicht nicht mehr hat. Und das ist eben ein Verfahren, mit dem diese Delikte vereinfacht zu Ende gebracht werden können. Kommt allerdings zum Bußgeldbescheid, dann wird auch weiterhin der Zeuge oder die Zeugin dort namentlich benannt sein. Es gibt ganz wenige Ausnahmefälle, in denen das nicht der Fall ist. Das wäre dann aber nur, wenn man wirklich glaubhaft machen könnte, dass es sich um eine starke Gefährdung handelt, wenn man ausgesetzt ist. Und das wird in der Regel, wenn man eine einzelne Anzeige schreibt oder ein paar, nicht der Fall sein. Dennoch haben auch betroffene Rechte, und das ist im Rechtsstaat auch gut so, wenn betroffene Akteneinsicht beantragen, werden sie auch dann Name und Anschrift erfahren. Wem das jetzt also alles eine Nummer zu heißen und er möchte nicht, dass beispielsweise auch Nachbarn oder ein Mensch, mit dem man in anderweitiger geschäftlicher Beziehung steht und so weiter, erfahren, dass man selbst Anzeigen fertigt, dann bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, dass man immer die erste Variante nutzt und das Abschleppen anordnet, anordnen lässt, denn dort ist ja dann Zeuge oder Zeuge, die Vollzugsbeamtin vor Ort und eben nicht die Person, die den Hinweis gegeben hat. Genauso ist, wenn die Ordnungskräfte herumlaufen und selber von Amts wegen Delikte erkennen, dann werden auch eben deren Name und Dienstbezeichnung zu lesen sein, aber nicht die einer Privatperson. Wie lässt sich jetzt also im Bundesland X, das nicht Hessen ist, erreichen, dass der Datenschutz gewahrt ist? Man schreibt an den Landesdatenschutzbeauftragten und die Beauftragte, die gibt es in jedem Bundesland, sind in der Regel relativ unabhängige Stellen bei der Landesregierung und die können alle möglichen Verstöße von Datenschutzrecht untersagen, ahnden, eingreifen. Auf der rechten Spalte seht ihr das Schreiben, das wir an den Datenschutzbeauftragten gesendet haben, im linken den Bescheid und der gibt uns eigentlich recht, dass in den Anhörungsbogen es nicht notwendig ist, dass die Person mit Namen und Adresse genannt wird. Im Bußgeldbescheid wird sie aber weiterhin auftauchen, da das eben auch im Ordnungswidrigkeitsgesetz geregelt ist. Wenn dann eine Menge Anzeigen eingehen, über Wegli oder Wegeheld, gibt es auch Tools, die uns die anzeigen können, wo wird angezeigt. Ihr seht hier, Mönchengladbach ist in Deutschland auf Platz 1, Darmstadt auf Platz 2, bei Stadtstaaten und Kreisen mit über 100.000 Einwohnern. Wenn man eben so sortiert, wie viele Falschparkermeldungen gibt es dort, wie viele pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Klar, in Hamburg beispielsweise sind 40.000 Anzeigen über Wegli und Wegeheld eingegangen, dennoch sind es dann pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner weniger. Darmstadt nimmt hier also auch eine unrühmliche Spitzenstellung ein, denn da, wo viel angezeigt wird, ist auch ein hoher Druck da, ist auch ein hohes Defizit im Vollzug da. Und ihr dürft ihr allerdings nicht wirklich täuschen lassen, denn wir haben auch gelernt, rechts nochmal die Falschparkerkarte, links die Bevölkerungsverteilung in Deutschland. Und ihr merkt natürlich, da, wo der Raum dicht ist, wo mehr Konflikte entstehen, gibt es auch mehr Privatanzeigen, mehr Grund dafür. Auf dem flachen Land ist die Welt in dem Sinne in Ordnung, dass da die Autos eigentlich nicht weiter stören oder auch nicht allzu störend wahrgenommen werden von der Bevölkerung. Deswegen wird auch immer eine Polizei unter Umständen in Berlin andere strengere Vorgaben haben, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, ist aber auch größer und komplexer. In kleineren Orten ist dann letztlich der sogenannte Dorfscheriff dann jedem bekannt und man trinkt dann auch mit dem Dorfscheriff wieder mal ein Bier und ihr wisst, dann gibt es auch soziale Gefüge. Und dann kann es sein, dass dort eben weniger stark Anzeigen überhaupt gestellt werden und angegangen werden, weil vieles eben dann im menschlichen Zusammenleben zu regeln ist. Ihr könnt in der Falschparkerkarte auch weiter reinzoomen. Hier habe ich jetzt mal rechts den Stadtplan von Darmstadt und je dunkelroter, fast schon magenter gezeichnet die Bezirke sind, desto höher sind quasi die Verstöße. Auch hier ist wieder zu sagen, je dichter, innerstädtischer der Bezirk ist, desto mehr Anzeigen gibt es. Und ihr seht eigentlich auch, dass die Anzeigen immer entlang der Straßenzüge sind, denn wo sollen sie auch sonst sein? Hier sind jetzt mal alle Anzeigen gemischt, auch Radwege. Und auch da ist natürlich der Druck an den Hauptstraßen der größte, weil es in den Nebenstraßen keine Radwege gibt. Ich wurde im Vorfeld gefragt, wie finde ich den richtigen Tatbestand heraus. Zum einen unterstützt euch Wegeheld und Wegli dabei, indem ihr einfach angebt, was vorgefallen ist und die Tatbestandsnummer ist dann automatisch hinterlegt. Wenn ihr allerdings in den ganz langen, über 100 Seiten langen Tatbestandskatalog reingeht, findet ihr am Ende einen Teil mit Tabellen. Da ist es recht übersichtlich. Ich habe jetzt hier mal das Parken herausgezogen, also die Tabelle 741038. Und in der sind dann wieder die Rechtsgrundlagen im Bußgeldkatalog, die Tatbestandsnummern angegeben, die Punkte, die es im sogenannten Vereignungsregister gibt und die Buße in Euro. Hier ist sozusagen, dass es natürlich Verschärfungen, Qualifizierungen gibt, einfaches Parken, also länger als drei Minuten oder das Fahrzeug verlassen, das ist Parken. Wenn dabei dann noch eine Behinderung ist, dann wird es etwas teurer. Wenn es besonders lang ist, wird es wieder teurer. Dann werde ich manchmal gefragt, was ist denn eine Behinderung, wie erkenne ich die? Und beim Fußverkehr ist es eigentlich recht einfach zu erkennen, immer dann, wenn man aus seiner willentlichen Bahn durch etwas anderes abgelenkt wird, das man nicht willentlich beeinflussen kann, dann ist man behindert worden. Und hier ist es so, dass eben das Fahrzeug, das auf dem Gehweg nicht eingeplant ist, nicht vorgesehen war, auch nicht zu dulden ist. Und wenn beispielsweise es so eng ist, dass man nur noch hintereinander gehen kann zu Fuß und dann auf entgegenkommenden Fußverkehr gewartet werden muss, ist es auf jeden Fall eine Behinderung zu bejahen, ebenso wenn die Zeiten länger sind. Ihr seht am Ende die Bußen, 55 Euro, damit geht es los. Das ist, ich würde auch mal sagen, eine politisch gesetzte Zahl, weil ab 60 Euro gibt es Punkte im Vereignungsregister. Und den Auszug, den ich hier habe, im Tatbestandskatalog, das sind auch Fehler enthalten, da quasi eigentlich ab 60 Euro gibt es einen Punkt. Ihr könnt davon ausgehen, dass der Punkt auch eingetragen wird, nur ist er eben in dieser tabellarischen Wiedergabe falsch drin. Wundert euch nicht, das wird sicherlich noch korrigiert. Dann werde ich manchmal gefragt, wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass tatsächlich auch geahndet wird. Jetzt schreibe ich viele Anzeigen, mache mir viel Arbeit und werden die am Ende nur abgeheftet oder werden ihnen auch nachgegangen. Und da gibt es ein Urteil vom OVG Lüneburg, das verneint eigentlich, dass man da beauskunft werden muss. Natürlich kann die Behörde beauskunft, ob das Verfahren eingestellt wurde. Es gibt auch gegenteilige Auffassungen. In Baden-Württemberg werden die Ordnungsbehörden explizit dazu angehalten, dass wenn eingestellt wird, dass dann eben die Einstellung auch zu begründen ist und dass dann auch die Zeugen im Verfahren das mitkriegen. Man sollte sich damit einfach nicht so lange aufhalten und sich ein sehr günstiges Delikt von 5 bis 10 Euro mal heraussuchen und das einfach anzeigen. Und zwar nicht bei einer zufälligen Person, sondern bei einer, deren Fahrzeug man kennt. Bespricht man einfach vorher, gibt das mögliche Bußgeld gleichbar in die Hand. Und er kauft sich damit die Information und hat auch in dem Sinne keine großen Gefahren, auch für die Betroffene nicht. Denn wenn man so geringfügige Tatbestände anzeigt, gibt es auch keine Punkte und dann gibt es auch eigentlich gar keine Probleme. Und wenn dann nach ein paar Wochen der Bescheid eintrudelt, dann weiß man, es wird ordnungsgemäß gebüßt. Wenn der monatelang auf sich warten lässt, weiß man, dass die Behörde nicht richtig arbeitet. Und damit habt ihr dann eigentlich die Möglichkeit. Und wenn ihr dann auch wieder feststellt, na wohl, im Anhörungsbogen werden Zeugen genannt, na ja, dann mache ich das Spielchen wie vorher beschrieben. Ich schalte dann das Datenschutzbeauftragten ein und dann mache ich noch einen sogenannten Testballon. Und dann werde ich wissen, ob es rechtmäßig zustande gekommen ist und ob dann gehen auch die Ordnungswidrigkeitsanzeigen ihren rechtmäßigen Weg. Jetzt bin ich einen zu schnell gegangen. Dann werde ich manchmal gefragt, wie kommuniziere ich eigentlich mit der Behörde außerhalb von Anzeigen? Wie diskutiere ich Grundsätzliches? Wie übermittle ich Bitten um Gespräche? Wie kriege ich das hin, dass wir beispielsweise Schulwege sichern? Und dafür gibt es dann kein formularhaftes Vorgehen mehr. Aber es gibt ein paar wirklich wichtige Ratschläge, die ich euch mitgeben kann. Formuliert immer so freundlich, seriös und knapp wie möglich. Niemand hat die Zeit, wochenlang einfach nur Walls of Text zu lesen. Es ist wichtig, dass direkt rausgearbeitet wird, um was geht es, wer will was von wem. Und dabei eben die Freundlichkeit nicht vergessen. Am Anfang vielleicht nicht so viele Paragraphen zitieren und vor allem nicht viel Bitterkeit erkennen lassen. Also habt Verständnis dafür, dass auf der anderen Seite auch Menschen sitzen, dort auch arbeiten und dass die ihre Arbeit unter Umständen auch gerne machen und aber von der Spitze zurückgehalten werden, um eben für sichere Verhältnisse auf den Straßen zu sorgen. Habt ihr mehrere verschiedene Anliegen? Also wollt ihr beispielsweise an der einen Straße, das nicht mehr auf dem Gehweg geparkt wird, an der anderen Straße seht ihr einen Bedarf für einen Fußgängerüberweg? Dann trennt die beiden Anliegen, vermischt die nicht miteinander, denn die können im Amt völlig verschiedene Wege nehmen. Ihr könnt die innere Organisation der Behörde nicht von außen zweifelsfrei erkennen. Deswegen verschiedene Anliegen, verschiedene E-Mails und am besten auch mit so grundsätzlichen Anliegen an verschiedenen Tagen einsteigen. Kann man nämlich leichter nachfragen, was ist mit einem Anliegen vom Sohn zu filten. Wenn ein E-Mail-Programm wie Thunderbird benutzt, habt ihr auch die Möglichkeit, Empfangs- und Übermittlungsstatus einzustellen. Das ist in etwa vergleichbar mit dem Einschreiben oder Einschreiben mit Rückschein. Das unterstützen manche Behörden, manche nutzen das nicht. Das ist nur ein Angebot, weil die Gegenseite muss eben den Empfang nicht bestätigen. Aber wenn die selber so eingestellt sind und dann ploppt bei denen in Outlook oder in Thunderbird so ein Fensterchen auf, willst du den Empfang bestätigen, klickst du drauf. Und damit seht ihr dann automatisch, okay, es wird schon mal gelesen, es ist nicht verloren gegangen. Und manchmal erfahrt ihr durch die automatische Bestätigung auch direkt, welche Sachbearbeitung sich mit dem Fall befasst hat. Freiwillig ist sowas wie elektronisch zu signieren, dafür gibt es keine Pflicht. Könnt ihr aber gerne nutzen. Dann seht ihr euch dann noch ein Verschlüsselungsmodul in euren E-Mail-Client. Und das ist aber eigentlich optional, da es braucht jetzt keine Unterschrift oder besondere Formfordernisse. Ihr dürft euch ja aus eurem grundgesetzlichen Petitionsrecht nach Artikel 17 einfach an die Behörde wenden. Und das hat sich bewährt. Wenn ihr eine Anfrage grundsätzlicher Art stellt, räumt ein bisschen Bearbeitungszeit ein. Könnt ihr irgendwie abschätzen. Das ist ein sehr einfaches Anliegen. Zwei Wochen, ein sehr komplexes Anliegen, wo vielleicht auch baulich was geändert werden muss. Durchaus mal mehrere Monate. Damit es nicht in Vergessenheit gerät, schreibt in euren privaten Kalender einfach eine sogenannte Wiedervorlage. Das ist eigentlich eine Sache, die man aus vielen Büros kennt. Schreibt euch auf, dass ihr nochmal nachhakt. Und wenn ihr dann nachhakt, dann wieder ganz knapp und auch nur, wie steht es mit meiner Anfrage vom So und Sovielten betreffend Fußgängerüberweg in Straße X. Führt dort keine neuen Argumente auf, fangt nicht wieder bei Adam und Eva an, denn dann wird wieder erneut geprüft und dann habt ihr wieder Zeitverlust und ihr kommt nicht weiter voran. Das ist eigentlich das, wie ihr es machen könnt, damit ihr euch ein Stück weit an die Arbeitsweise der Behörde anpasst, weil die Behörde wird sich an eure Arbeitsweise nicht anpassen. Eine andere Möglichkeit, mit der Behörde zu kommunizieren, sind städtische Mängelmelder. Die gibt es in vielen Städten. Das sind etwas modernere Systeme, die den Arbeitsablauf oder Workflow transparenter abbilden und auch intern in der Behörde die Arbeitsabläufe ein Stück weit von den Papierakten weg zu einer vernünftigen Verwaltungsführung hin. Also Papier ist jetzt nicht schlecht, aber oft sind Sachverhalte so komplex, dass müssen so viele Leute draufschauen. Da ist eben so ein Online-Tool hilfreich. Auch hier helfen euch die Tools, die notwendigen Angaben zu machen. Was ist wo? Was will ich dort? Und dann macht es auch relativ transparent, wer hat wann mit der Bearbeitung begonnen? Wer ist zuständig? Und dann kriegt ihr quasi automatisch auch immer Meldungen, wenn sich was getan hat. Hier ein Beispiel mal von unserem Mitglied Sabine. Sie hat sich in ihrem Wohnviertel darüber geärgert, dass auf dem Mosaikpflaster das Denkmal rechtlich erhaltenswert ist, geparkt wird. Und das wollte sie zu verhindern suchen. Und dann ging das einen relativ langen Weg. Wir sehen hier 2019 im März ging die erste Anfrage rein und dann wurde erst im Juli diesen Jahres letztlich der Vollzug an der Behörde als abgeschlossen gekennzeichnet. Und da seht ihr, ihr braucht einen langen Atem in der Sache und man braucht auch manchmal ein sehr dickes Fell. Das erkläre ich im nächsten Bild. Lasst euch auch da nicht abschrecken, macht es in gemeinsamer Art, denn auch hier habt ihr wieder ein Petitionsrecht, natürlich das Recht euch einzeln oder in Gemeinschaft, dass ihr da Beschwerden richten könnt. Wenn ihr nämlich das nächste Bild seht, wir haben dann letztlich Erfolg gehabt. Der Gehwegbereich, da ist noch so ein sehr zusammengefahrener Kiesstreifen, ob das Grünfläche ist, da kann man drüber streiten. Da wurden dann diese Quader aufgestellt. Auch da muss nochmal nachgebessert werden, dass die Abschnitte nicht so groß sind. Aber Sabine hat dann eben bei sich zu Hause Graffiti an die Wand bekommen, das sie dann eher abschneidend beleidigt. Das ist eine Sache, die kann passieren. Ich sage es einfach ganz offen. Man braucht ein dickes Fell, aber das ist die absolute Ausnahme. Ich für meinen Teil habe in den letzten vier, fünf Jahren, in dem ich im Geschäft aktiv bin, persönlich zu Hause noch nie irgendwas bekommen. Ich wurde auch noch nie auf der Straße irgendwie zur Rechenschaft gezogen, jedenfalls nicht negativ. Ich habe eher Leute gesagt, jawohl, was du machst, ist richtig. Ich möchte euch nicht abstrecken davon, aber so ehrlich sein, es gibt diese Fälle. Aber meistens folgen auf die Beleidigungen hier eigentlich dann gar nichts mehr und dann ist auch Ruhe, versucht dann einfach weiterzumachen im Leben. Manchmal ist es schwierig überhaupt zu wissen, welche Regeln gelten in meiner Stadt. Natürlich gilt das Bundesrecht, gelten die Landesverordnungen, das ist ziemlich einfach. Aber manchmal ist es so, dass ihr nicht wisst, welche Abschlepprichtlinie wird vor Ort angewendet. Gibt es überhaupt eine? Und da könnt ihr Plattformen nutzen, wie Frag den Staat. Die helfen euch ähnlich wie die Mängelmelder, eure Anfrage abzusenden und im Blick zu behalten. Die führen die richtigen Paragrafen auf und führen euch durchs Verfahren. Und euch ist auch möglich, alle Anfragen von anderen Leuten dort abzurufen. Wenn ihr Dokumente sucht, könnt ihr euch natürlich auch orientieren, was gibt es schon und macht es dann viel leichter. Oder wenn ihr einfach mal abschleppen bei Frag den Staat in die Recherchemaske eingibt, findet ihr schon etliche Dokumente aus anderen Städten und Bundesländern. Auch hier ganz neutral formulieren. Ich habe jetzt mal hier Geld hervorgehoben, dass ich gerne die Richtlinie oder Dienstanweisung oder ermessenslenkenden Vorschriften hätte, wo abgeschleppt und umgesetzt wird. Und ob es eine Mindestbreite gibt von Gehwegen, wo nicht mehr eingeschritten wird. Ich habe da nicht dazu geschrieben, ob ich das als Autofahrer oder als Fußgänger oder sonst wer wissen will. Das hat den großen Vorteil, dass die Behörde jetzt erstmal nicht weiß, oh, fragt da ein Autofahrer, der unbehelligt irgendwo parken will? Oder fragt da einen Fußgänger, der seine Rechte wahrnehmen will? Und dann müssen die letztlich euch wahrheitsgemäß und so weiter antworten und können es nicht verschleppen. Weil wenn die jetzt eine innere Agenda haben, die nicht offenbar werden soll, dann können sie eben da das schwer einschätzen. Auch da kann es sein, dass gemauert wird. Da gibt es noch weitere Alternativen. Wenn ihr nämlich über fragt den Staat keine Antwort erhaltet, gibt es auch das Petitionsrecht in den städtischen Ausschüssen, also in den Parlamenten. Und hier in Darmstadt gibt es eine Reihe von Ausschüssen, einen auch für Verkehr und einen für das Ordnungswesen. So einen Geschäftsverteilungsplan gibt es eigentlich in jeder Kommune. Ansonsten einfach mal nachfragen. Und da könnt ihr dann auch Fragen stellen. Da ist es dann so, ihr erscheint persönlich in der Ausschusssitzung. Ihr stellt eure Frage schriftlich am besten zwei, drei Wochen vorher, damit auch vernünftig in der Behörde recherchiert wird. Und da habt ihr den großen Vorteil, ihr werdet wirklich eine Antwort erhalten. Die Antwort kann inhaltlich schlecht sein, aber ihr kriegt auf jeden Fall und ihr kriegt in den allermeisten Fällen die wahrheitsgemäße Antwort. Da in der Ausschusssitzung natürlich Bürgermeister, Oppositionen wie Regierung, Presse und interessierte Öffentlichkeit anwesend sind. Und da wird man es sich nicht durchgehen lassen, wenn einer einem quasi ins Gesicht lügt. Das kann da nicht passieren. Der einzige Nachteil, ihr müsst vielleicht mal persönlich irgendwo hin. Aber auch da, ihr macht euch nur ein bisschen bekannt mit den Leuten. Und dann lasst ihr euch auch das Antwortblatt mitgeben. Manchmal wird es euch auch noch mal in der Post geschickt oder ihr kriegt es per E-Mail oder steht im Ratsinformationssystem. Da einfach mal vorab bei der Protokollführung fragen. Und am besten bringt ihr eure Fragen, die ihr auch wieder knapp und sachlich formuliert habt, nochmal ausgedruckt mit. Und gebt sie auch der Protokollführung. Denn sollten die Fragen aus irgendwelchen Gründen vorher doch nicht bekannt gewesen sein, weil die Workflows nicht geklappt haben, dann kann auch das zu Protokoll gegeben werden. Das haben wir schon mal gemacht und Dampfstadt geht eigentlich ganz gut. Und in dem Fall braucht ihr noch nicht mal eine dritte politische Partei, die euch irgendwie unterstützt. Ihr könnt das einfach selber machen. Wenn ihr Fragen stellt, stellt lieber nicht zu viele Fragen auf einmal, eher nach und nach. Und ich habe mal ein paar mögliche Fragen aufgeschrieben, die man gerne mal stellen kann. Wenn ihr die schon kennt, die Antworten, dann könnt ihr trotzdem mal nachfragen. Dann wisst ihr nämlich, ob auch so gehandelt wird, wie ihr es erwartet. Und lieber einmal zu viel gefragt als zu wenig. Und wer sich interessiert, der kriegt auch in der Regel eine Antwort. Wenn auch das alles nichts hilft oder wenn ihr Sachen auf der Landesebene wissen wollt, dann müsst ihr allerdings über eine Partei oder besser eine Fraktion im passenden Parlament gehen. Und ich habe hier mal verschiedene Fragen und Antwortspielchen aufgeführt. Links ist eine Anfrage im Hessischen Landtag über die Linke eingereicht. Die ist nicht an der Regierung beteiligt. In Friedrichshandt-Kreuzberg ist, glaube ich, sogar von den Grünen eingereicht. Kann auch durchaus aus der Regierungsriege kommen. Und da fallen die Antworten dann vielleicht auch ein bisschen wohlwollender und schöner aus als bei der Opposition. Und wir könnten natürlich auch über andere Wege solche ermessenslenkenden Vorschriften, Erlasse und so weiter finden. Und da einfach mal losziehen. Und wenn ihr nicht weiterkommt, dann mal sehen, wie wir es machen. Aber auch da wird in der Regel wahrheitsgemäß geantwortet. Nur sind die Antwortfristen auch hier eher lang als kurz, da Parlamente nur begrenzt oft tagen und man dann sehr weit im Voraus seine Dokumente anfragen muss. Was kann da so rauskommen? Wir haben mal hier in Hessen, wie gesagt, über die Linke angefragt, wer ist eigentlich zuständig? Ist es die Kommunale zuständig oder die Landespolizei? Dann hat sich eigentlich geklärt, beide sind zuständig, müssen einander auch helfen. Und es ist im Ergebnis eigentlich egal, an wen man sich wendet. Wenn die eine Behörde mit der Sache zuerst befasst ist, dann muss sie es auch machen. Das nennt sich das Erstbefassungsprinzip. Wenn die aber nicht zuständig ist, wird sie es an die zuständige Stelle weiterleiten. Und da habt ihr wieder das Zusammenspiel. Es kommt am Ende des Tages nicht darauf an, wende ich mich an die Landespolizei oder an die Kommunalpolizei. Wenn die meinen, der jeweils andere ist zuständig, dann werden die das klären und die Aufträge auch unter Umständen intern weiterreichen. Wichtige Antworten waren auch, weil immer wieder Gerüchte existieren, hinsichtlich der Frage, darf überhaupt abgeschleppt werden? Natürlich darf abgeschleppt werden und muss auch abgeschleppt werden. Und die einzigen, die das anordnen können, sind eben die Verwaltungsbehörden, die Vollzugsbehörden und eben keine privaten und keine dritten Parteien. Und in dem Fall sind also Gerüchte Wissen von Beamten vor Ort, den kann man relativ leicht aushebeln, wenn es eben heißt, wir dürfen ja gar nicht abschleppen. Das ist regelmäßig falsch. In Hessen existiert leider noch kein Erlass wie in Baden-Württemberg oder Berlin. Da können wir noch dran arbeiten. Wir haben auf kommunaler Ebene in einzelnen Städten, aber eben noch nicht landesweit. Das heißt, dass im Ergebnis keine anderen Regeln gelten, als die vorgenannten, nur sind die eben nicht so schön aufgeschrieben. Aber die Urteile und die ständige Rechtsprechung, die ist ja überall gleich bundesweit und deswegen müssen auch die letztlich ermessenslenkend sein. Dann werde ich oft gefragt, darf ich die einzeln ins Null wählen? Natürlich und es gibt da auch keine Konsequenzen, wenn man es jedenfalls nicht missbräuchlich macht und solange man nur meldet, dass man ihren Falschbagger vor sich hat. Ich sehe gerade, dass das Video wieder weg ist, aber Ton scheint noch einen Pegel zu geben. Ich mache jetzt einfach mal weiter, wenn ich ein Signal kriege, dann seht ihr mich auch wieder. Also die 1-1-0 darf genutzt werden. Es kann aber sein, dass die Disposition dann sagt, rufen Sie bitte bei der Dienststelle XY an, ich gebe Ihnen eine Nummer, dann macht das einfach. Und manche sind da auch sehr hartnäckig, die wollen dann unbedingt, dass die 1-1-0 disponiert, aber das ist im Ergebnis egal. Es wird immer dasselbe Polizeiauto kommen, ob er es jetzt bei der Amtsleitung probiert oder bei der 1-1-0. Eine wichtige Frage, die auch viele Beamte vor Ort und auf den Einsätzen rumtreibt, ist, kann ich als Beamter belangt werden, wenn ich zu Unrecht eine Abschleppmaßnahme anordne? Das ist regelmäßig nicht der Fall. Zum einen gilt die Amtshaftung, das heißt, das Land Hessen in unserem Fall haftet für Verfehlungen der Beamte, solange die eben nicht offensichtlich missbräuchlich waren. Und es sind auch in der Regel überhaupt keine Verfahren bekannt, in denen man sich erfolgreich gewährt hätte. Also die Angst, dass irgendjemand außer die, die es zu treffen hatten, nämlich diejenigen, die falsch parken, die Kosten für die Abschleppmaßnahme zu tragen hätten, die sind von der Hand zu weisen. Und die Frage, ob irgendwie Beamte oder gar Zeugen herangezogen werden für Geld, das ist ebenfalls nicht der Fall. Macht euch quasi nicht kleiner als ihr seid, habt Mut und zieht raus, ihr habt nichts zu verlieren. Wir haben in unseren Anfragen auch mal rausgefunden, wie viele Fälle gibt es, wo abgeschleppt wird. Hier sind es nur die Landespolizei-Bräsidien, also nicht die kommunalen Behörden. In Frankfurt waren es irgendwie 2800 oder in Südhessen, das ist Darmstadt 545. Das sind im Jahr natürlich sehr wenige, wenn man es auf den Tag und das große Geschäftsgebiet runterbricht. Also zwei Abschleppmaßnahmen knapp am Tag in einem Gebiet mit mehreren Landkreisen, weil eben Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, Odenwaldkreis und so weiter. Ja, zum Teil auch noch dazu gehören, dass darüber halt eigentlich zu wenig abgeschleppt wird. Aber wir müssen halt auch da irgendwo anfangen und dann nach und nach wachsen wir in den Möglichkeiten hoch. Dann kommen wir endlich zur Frage vom Ordnungsrecht zum Straßenverkehrsrecht. Was kann ich da machen? Hier ist die Unterscheidung, straßenverkehrsrechtliche Anordnung sind eigentlich alle Schilder und Markierungen, die wir sehen. Und bisher haben wir uns ja nur befasst mit Gehwegen, die quasi nackig waren, wo keine Beschilderung da war, wo also offensichtlich nicht geparkt werden darf, wo es aber trotzdem stattfindet. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass die Straßenverkehrsbehörde anordnet, dass auf dem Gehweg geparkt wird. In Deutschland ist man da auch sehr akribisch in der Frage, wo kann ich überall parken. Es gibt 32 Varianten vom Verkehrszeichen 315, also Gehwegparken mit zwei Reifen links der Fahrbahn, rechts der Fahrbahn, vorwärts, rückwärts, seitwärts, wie auch immer. Und das ist aber nicht an Regellosigkeit geknüpft. Es gibt Vorgaben, die einzuhalten sind, erst dann darf das Gehwegparken überhaupt nur angeordnet werden. Ansonsten, wenn es nicht angeordnet ist, darf man eben nur am rechten Fahrbahnrand parken. Und wenn der Platz nicht ausreicht, wenn links und rechts der Fahrbahn jeweils Auto stehen, dann darf eben nur auf einer Seite geparkt werden. Es gibt kein Gesetz und nichts, was es rechtfertigt, dass beispielsweise mit zwei Reifen auf dem Gehweg geparkt wird auf der einen Seite. Wenn keine Schilder oder Markierungen da sind, ist das rechtswidrig und muss auch geahndet werden. Die Anordnungsgrundlage ist eben immer die Frage, in welchem Verkehrsraum dringe ich mit der Anordnung ein. Und das ist eben der der Fußgängerinnen und Fußgänger, also ist deren Belange zu berücksichtigen. In erster Näherung ist es der Fall, zwei Fußgänger begegnen aneinander und die dürfen auch im Rollstuhl sitzen oder einen Kinderwagen schieben, also die entsprechenden breiten Maße aufweisen. Und die müssen sich eben nicht gefallen lassen, dass sie einander behindern und dass sie irgendwie aufeinander warten müssen, nur weil da ein Auto im Weg steht. Denn der fließende Verkehr hat Vorrang vor dem ruhenden Verkehr und auch Fußverkehr ist fließender Verkehr, der hat Vorrang vor dem ruhenden Kraftverkehr. Ihr erkennt solche Anordnungsstrecken immer an den blauen Schildern oder an Markierungen auf dem Gehweg. In manchen Fällen sind auch abgesetzte Pflasterreihen oder Knopfreihen angebracht, aber ihr kennt es eigentlich. Und wenn ihr Zweifel habt, ob es angeordnet ist, auch einfach mal nachfragen. Manchmal sind es auch noch Relikte aus alten Anordnungen oder aufgelassene Baustellenmarkierungen, geänderte Verkehrsführung. Einfach mal nachfragen, wie ist es gemeint. Dann weiß man nämlich, kann ich ab sofort Ordnungswidrigkeitsanzeigen stellen oder muss ich gegen die Anordnung vorgehen? Denn wenn ein blaues Schild, wie das Parken hier angeordnet ist oder Markierungen bestehen, dann kann der Verkehrsteilnehmer, der sein Auto dort abstillt, nicht belangt werden. Im Gegenteil, er kann belangt werden und muss es auch, wenn er nicht in der Fläche parkt, sondern am Fahrbahnrand. Das ist wirklich gruselig, aber so ist es, dass die Gehweg-Parkanordnung auch benutzt werden muss oder ich muss halt woanders parken, aber eben nicht außerhalb der markierten Fläche. Die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung nennt uns leider keine Mindestbreite, die zwingend einzuhalten ist. Wir können uns nur auf Sekundärliteratur stützen. Zum einen kann man da in den Kommentar von Schubert gucken, den zur Straßenverkehrsordnung. Er schreibt, regelmäßig ist eine Gehwegbreite von zwei Metern und dann eben in Ausnahmefällen mindestens aber 1,5 Meter Gehweg-Restbreite. Auf der anderen Seite gibt es eine weitaus differenziertere Literatur bei den Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen. EFA, die differenzieren da stärker und sagen dann ganz klar, was für eine Straße habe ich überhaupt. Habe ich eine Wohnstraße, habe ich ein Geschäftsviertel, habe ich eine Bundesstraße und so weiter. Also jetzt nicht Bundesstraße im Sinne von B irgendwas, sondern überörtliche Straße. Welche Geschäftsfunktionen und so weiter und dort werden dann Breiten im Seitenraum aufgelistet und die sind wieder ganz ähnlich wie ganz am Anfang bezeichnet. Gibt es dort höhere Bedarfe, dann muss auch mehr Raum gegeben werden. Eine pauschale Breite, die einfach sagt, zwei Meter sind immer in Ordnung, das ist meiner Ansicht nach ein Ermessensausfall. Das heißt, es wird gar nicht pflichtgemäß abgewogen, sondern einfach pauschal verfügt und das ist dann schon mal ein guter Einhackungspunkt, um die Anordnung angreifen zu können. Deswegen muss man immer schauen, hat die Behörde im Einzelfall abgewogen oder macht sie sich eben ganz leicht. Habt ihr also eine Anordnung vor euch, könnt ihr verschiedenerweise das angreifen. Ihr müsst nicht direkt zu Gericht ziehen, ihr könnt auch erstmal einen Antrag auf Neuverbescheidung stellen. Das heißt, die Straßenverkehrsbehörde, Baubehörde, Polizei und so weiter, die müssen eigentlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit die verkehrsrechtlichen Anordnungen, die Schilder und die Markierungen auf ihre Zweckmäßigkeit prüfen. Wird also die Straße umgebaut, ändert sich irgendwas, haben sie ein neues Stadtviertel entstanden oder eine Schule gebaut worden und so weiter. Ist eigentlich immer Anlass zu prüfen, ist die alte Anordnung noch zweckgemäß? Oder sind die Autos vielleicht breiter geworden, hatten wir frühere schmalere angenommen, dann haben wir auch da eine Möglichkeit einzugreifen. Das ist erstmal in der Regel völlig ohne Kostenrisiko. Sie sagt einfach, ich würde gerne die Anordnung neu verbeschieden wissen. Das heißt dann, in der Behörde fängt ein neuer Prüfzyklus an. Es wird nochmal quasi so getan, als ob es die Anordnung nicht gäbe. Und wenn dann die Behörde zum selben Schluss kommt, dass sie unbedingt da ist, dann können wir immer noch Klage einreichen. Der Vorteil dieser Näherung über die Neuverbescheidung ist, dass ihr auch keine Fristen habt, denn es kann sich ja immer mal was ändern und es kann auch immer dann Anlass sein, neu zu verbescheiden. Und es gibt nämlich auf der anderen Seite die rechtliche Ansicht, dass wenn ich eine verkehrsrechtliche Anordnung zu Fall bringen kann, dann muss ich Anfechtungsklage einreichen. Der Unterschied ist hier, die Neuverbescheidung, die kann ja alles Mögliche rauskommen. Bei der Anfechtungsklage kann nur die Anordnung verschwinden. Und wenn eben das Gericht nicht zur Auffassung kommt, dass die Anordnung auf jeden Fall verschwinden muss, dann habt ihr da eigentlich schlechtere Karten, als wenn ihr sagt, jawohl, ich will erstmal einen Antrag stellen. Wenn der Antrag stattgegeben wird, habt ihr schon gewonnen. Wenn der Antrag nicht stattgegeben wird, könnt ihr Leistungsklage oder Untätigkeitsklage einreichen. Da gibt es dann ein Kostenrisiko. Das liegt in einem einfach gelagerten Fall ohne anwaltliche Vertretung bei etwa 450 Euro. Ich habe auch hier mal ein Praxisbeispiel gemacht. In Darmstadt habe ich in einer Straße mal ein Foto aufgenommen. Ihr seht, es gibt ein kurzes angeordnetes Gehwegparken dort. Vorher ist so eine Zickzacklinie, Grenzmarkierung, die ist auch zum Teil schon verblasst. Und ein einzelner Fußgänger kann hier eigentlich gehen, aber Begegnungsfall ist völlig ausgeschlossen. Auch die Frage, ob dort ein Kinderwagen durchpasst, gerade wegen der technischen Einbauten, des Postcastens und Stromverteilers, ist eigentlich ziemlich ausgeschlossen. Also habe ich dann gesagt, bitte einmal neu verbescheiden und dann wurde neu verbeschieden und das Ergebnis seht ihr rechts. Der Parkplatz wurde entfernt und die Grenzmarkierung verlängert. In einem späteren Verfahren habe ich dann auch noch, das war eine Einbahnstraße, die Gegenrichtung öffnen lassen. Deswegen seht ihr noch das rote Stummelchen für die Radfahrenden. Man kann auch hier sagen, man macht mal Zug um Zug, man kann das auch kombinieren. Denn manchmal wird auch die Behörde sagen, jawohl, ich kann die Einbahnstraße für Radfahrenden nicht öffnen, weil die Fahrgasse zu eng ist. Und dann stellt sich heraus, sie ist nur deswegen zu eng, weil eine rechtswidrige Anordnung des Parkens besteht. Und dann verschwindet beides und dann habt ihr eigentlich euer Ziel gut erreicht. Damit ihr wisst, was ihr schreiben könnt, hier mal der Beispieltext, auch später zum Nachlesen. Wie vorher beschrieben, ihr bezeichnet genau, in welche Straße, welche Hausnummer, um was geht es. Schickt am besten ein Foto bei. Schwärzt dort auch gerne Angaben von personenbezogenen Daten, denn die braucht man für die grundsätzliche Anordnung nicht zu wissen. Und dann verweist ihr auf die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung und dann wird die Behörde neu verbescheiden. Und es kann dann sein, dass sie eurer Beschwerde abhilft oder halt auch nicht. Und wenn sie es nicht tut, dann führt der Weg eigentlich quasi in die Klage rein. Und bevor ihr dann ins Gericht geht, könnt ihr auch erstmal Akteneinsicht beantragen. Im Verwaltungsverfahrensgesetz ist geregelt, wer seine rechtlichen Interessen verteidigen will, der kann Akteneinsicht nehmen. Einfach kurz begründen, ich hätte gerne mal die Behördenakte hinsichtlich der straßenverkehrsrechtlichen Anordnung gesehen. Da ich meine Rechte wahrnehmen möchte, hier einen Antrag stellen will, auch Neuverbescheidung. Und ihr könnt auch anführen, wenn ihr die Akte haben wollt, dann ist das auch zum Vorteil der Behörde, weil eben das Prozessrisiko unter Umständen entfällt. Auch hier kann es sein, dass die Behörde stur ist, dann werdet ihr spätestens im Gerichtsverfahren die Akte auch erhalten. Und ihr solltet im Gerichtsverfahren immer die Begründung eurer Klage auf die Behördenakte stützen, weil da meistens so viel Unsinn drinsteht, dass ihr damit alleine gewinnen könnt. Dass ihr dann einen Akteneinsichtsanspruch habt, ergibt sich auch aus anderen Urteilen, beispielsweise zum Ordnungswidrigkeitsrecht. Wenn man geblitzt wird, kann man sich auch die Akte kommen lassen, ist der Blitzer richtig aufgebaut, sind die Messverfahren richtig. Und da kann man seine Interessen verteidigen, also kann auch ein Fußgänger seine Interessen auf dem Gehweg verteidigen. Wie so ein Blatt aussehen kann, ist mal rechts dargestellt, hier im Zuge von der Einbahnstraße. Steht dann drin, was die Behörde so verfügt hat, wann und so weiter. Und dann könnt ihr da schon sehen, hat die richtig abgewogen oder hat sie es nicht. Genau, das hatte ich eigentlich schon mal gezeigt, die Grafik rechts mit den Breiten. Leider ist es so, dass diese Breitenmaße nicht verbindlich sind, sind die wirklich Stand der Technik. Und die sind mehr oder minder quasi ermessenslenkende Vorschrift. Denn beim Gerichtsverfahren wird das Gericht schon sagen, naja, nach welchen Regeln machen sie es denn? Und da sind die EFA eigentlich das Maß der Dinge. Und manchmal ist es aber auch so, dass die Städte Beschlüsse fassen. In Darmstadt haben wir es hinbekommen, dass dieses Jahr 2020 die EFA neben den Ära dann auch verbindlich eingeführt wurde. Und damit haben wir natürlich eine super Grundlage, um in allen fünftigen Verfahren zu sagen, ihr habt euch selbst verpflichtet, die EFA einzuhalten. Also müsst ihr es jetzt auch machen. Und dann gibt es immer die Frage, warum wird das Parken eigentlich geduldet? Und da ist meistens die Begründung, es gäbe einen hohen Parkdruck. Parkdruck ist immer sozusagen das subjektive Empfinden, einen schweren Parkplatz zu finden. Und da hat man dann hohes Verständnis in den Behörden, dass man eben nicht ahndet, nicht abschleppt und so weiter. Und das ist natürlich auch regelmäßiger Unsinn. Denn in der Straßenverkehrsordnung steht ganz klar drin, dass die Straßenverkehrsbehörden auch die notwendigen Bewirtschaftungsmaßnahmen bei erheblichem Parkraummangel, also dass es sozusagen die amtliche Umschreibung von dem Parkdruck, anzuordnen hat. Würde sie also, obwohl der hohe Parkdruck besteht, die Bewirtschaftung nicht anordnen, kann man ihr auch da letztlich eine Pflichtverletzung vorwerfen. Und wenn erstmal die Bewirtschaftung da ist, wie rechts im Bild, seht ihr jetzt, dass wir quasi Parkraumbewirtschaftungszone mit Parkschein und eine zeitliche Beschränkung haben, dass dann eben auch Gebühren genommen werden. Ich würde das Darmstädter Modell gerne vielen Kommunen empfehlen an der Stelle, denn es ist eine allgemeine Bewirtschaftung. Grundsätzlich müssen alle zahlen. Jetzt wissen wir juristisch, grundsätzlich heißt es kann Ausnahmen geben. In dem Fall können dann Bewohner einen Parkausweis beantragen nach § 46 StVO. Und wenn man nach § 46 StVO einen Parkausweis beantragt, sind die Gebühren deutlich höher als mit dem 45er. Und damit hat die Kommune dann die Möglichkeit zu sagen, ich nehme auch 10 Euro im Monat oder 120 im Jahr. Und die Bewohner haben eben keine eigenen Stellplätze, sie dürfen einfach nur in der Park- und Bewirtschaftungszone unbegrenzt lange parken. Und damit haben wir auch den großen Vorteil, weil ja eigentlich auch zwischendrin immer auch Kurzzeitparker stehen können, wir die Kommune immer rumgehen und auch die Parkscheine kontrollieren und damit dann auch das Gehwegparken kontrollieren und so weiter. Also damit gibt es jetzt eigentlich gut, was oft in der Presse rumgeistert, sind so Beträge zwischen 10,20 Euro und 30,70 Euro für die Ausnahme. Und das bezieht sich eben nicht auf die bewirtschafteten Parkplätze, sondern auf eine klassische Bewohnerparkausweissituation. Da steht nicht die Verkürzung der Parkzeit im Vordergrund, was eben Bewirtschaftung bedeuten würde, sondern eben Bewohner vor dem Druck von außen so ein bisschen zu privilegieren. Und da das Parken am Straßenrand in dem Fall Gemeingebrauch ist, also eigentlich ordnungsgemäßes, vorgesehenes Verhalten, ist das eben auch ohne Gebühr und lediglich die Verwaltungskosten für die Ausstellung des Parkausweises dürfen anfallen. Und die sind eben gedeckelt. Deswegen, wenn ihr da irgendwelche widerspenstigen Bürgermeister, Ordnungsämter habt, ladet die gerne ein, sich mal die Darmstädter Regelungen zu Gemüde zu führen, denn die hat bislang niemand wirksam weglagen können, weil es dafür meiner Ansicht nach auch keinerlei Grundlage gibt, dass man es nicht genauso machen kann. Lasst euch nicht veräppeln, dass irgendwie Parkraumbewirtschaftung und deren Ausnahmen nur mit begrenzten Gebühren verbunden seien. Und dann wird eben eine runde Sache draus. Weitere Wege, die eben zur Reduzierung von Parkraum und damit letztlich auch zur Reduzierung von Kraftverkehr führen, sind auch Stellplätze abzuschaffen. Ihr wisst vielleicht, wenn man ein Haus baut oder modernisiert, muss man häufig Autostellplätze errichten und deren Nachweis führen. Und da ist es so, in den Länderbauordnungen gibt es verschiedene Regelungen und das ist in verschiedenen Bundesländern anders. Schaut euch das gerne mal an. Die meisten Bundesländer haben mittlerweile die Ermächtigungsgrundlage, dass die Kommunen eben abweichen können. In Darmstadt haben wir es so geregelt, wenn in einer Parkraumbewirtschaftungszone neu gebaut wird, müssen keine privaten Stellplätze mehr nachgewiesen werden. Und das hat natürlich auch hohe Auswirkungen auf die Frage, wie viele Bewohner und Bewohnerinnen passen auf ein Grundstück, weil wir eben keine Räume mehr fürs Automobil vorsehen müssen, verringer den Autobesitz, verringer den Druck darauf. Und auch da habt ihr quasi einen rein rechtlichen Hebel, um die Realität umzuformen. Aber da ist es natürlich so, wenn die Ordnung heute erlassen wird, dann dauert es Jahrzehnte, bis sich das dann durchgesetzt hat. Aber Stück für Stück nimmt dann eben Autobesitz ab, wenn kein Parkraum mehr vorhanden ist. Das nächste Praxismodul bezieht sich auf die Frage, wie sieht es aus mit Baugerüsten und Arbeitsstellen im öffentlichen Straßenraum. Wir leben in einer Zeit, in der unheimlich viel in Immobilien investiert wird. Und das führt dazu, dass häufig auf Gehwegen solche Anordnungen wie rechts zu sehen sind. Da werden dann wild irgendwelche Bänder durchgegangen, gespannt, Baugerüste aufgebaut, alles total verrückt. Und ihr seht auch, dass dort die Fußgängerin mit dem Verkehrszeichen auf die andere Straßenseite verwiesen wird. Das ist natürlich regelmäßig rechtswidrig. In dem Fall habe ich mal die Behörde gefragt und die sagen, wir benutzen nie Flatterband. Und wir ordnen das auch nicht an. Das heißt, wenn ihr in Darmstadt-Flatterband auf der Baustelle seht, wisst ihr sofort, das ist rechtswidrig. Denn entweder gab es die Anordnung nicht oder die Anordnung wurde falsch umgesetzt. Ihr könnt also sofort ins Bußgeldverfahren reingehen. Die 75 Euro werden den Bauunternehmer jetzt nicht wirklich stören. Aber ihr könnt natürlich parallel auch noch die Nachschärfung der Anordnung verlangen. Und dann wird die Straßenverkehrsbehörde eine Kontrolle vor Ort machen und wird dann auch ändern. Und ihr seht dann natürlich, bei solchen Baugerüsten sind nicht nur die Breiten entscheidend, auch die Höhen. Wenn ihr irgendwie auf einer Höhe von unter zwei Meter, eher 220, irgendwelche Streben im Kopfraum habt, die müsst ihr nicht dulden. Die könnt ihr einfach abbauen lassen. Und wenn das heißt, das Gerüst muss komplett weg und komplett neu gebaut werden, ist das nicht euer Problem. Aber das schmerzt natürlich den schlampigen Bauunternehmer oder Bauherren an der Stelle gewaltig. Die Sachen sind auch nicht aus der Luft gegriffen. Eigentlich gibt es in allen Bundesländern solche Leitfäden. Hier mal links von Bayern, rechts aus Baden-Württemberg, in der Mitte aus Darmstadt. Die sind zum Teil wortgleich formuliert, zum Teil sind das die gleichen Pläne drin. Also es ist eigentlich nur in einem anderen Layout. Aber die Regeln sind fast überall gleich. Informiert euch einfach mal, welche gibt es. Und wenn es die nicht gibt, dann regt an, dass die erlassen werden. Und dann wird es auch schnell viel besser. Denn dort gibt es dann Musterpläne. Rechts habe ich mal so einen eingezeichnet. Und im Musterplan seht ihr dann, dass beispielsweise für Radverkehr die Überleitung auf die Fahrbahn vorgesehen ist. Der Fußverkehr einen geschützten Notweg erhält, dass die Bordsteinkanten angerammt sind. Es gibt Mindestbreiten. Und dann sind eigentlich alle zufrieden. Denn Baustellen finden halt nun mal statt. Daran kann man nichts ändern. Aber wir können ihre Auswirkungen minimieren und vernünftige Lösungen für alle finden. Insgesamt gebe ich euch den Tipp mit, nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor. Auch manchmal ist die Zug-um-Zug-Lösung keine schlechte. Ich hatte das ja angeführt mit meiner Gehweg-Park-Anordnung an der Gustav-Lorenz-Straße. Haben wir erst das Gehweg-Parken weggemacht und dann die Einbahnstraße geöffnet. Und jetzt ist diese Erschließungsstraße eigentlich final. Mehr kann man in der nicht machen. Und damit haben wir eigentlich alles erreicht. Und der Parkraum wird erheblich reduziert. Es gibt noch einzelne, klar umrissene Stellplätze auf der Fahrbahn. Und damit haben wir eigentlich ein vernünftiges Miteinander im Verkehr für alle Verkehrsteilnehmenden. So, ich komme langsam zum Ende. Ich hoffe, ich habe auch nicht überzogen. Wegen der technischen Raffinesse inzwischen drin. Seht es mir nach. Und ansonsten seht es mir auch nicht nach. Wir haben mit Wegerecht mal angefangen. Eigentlich uns einfach über Sachen zu beschweren, die virulent sind in unserer Stadt. Ihr seht beispielsweise hier, Stadt Darmstadt lässt für 225.000 Euro Kreuzungen barrierefrei ausbauen. Macht vorbildliche Bordabsenkungen, Blindenleitstreifen rein. Und dann werden die einfach zugeparkt. Und da kann man sagen, ich glaube, es geht los. Und das kann man skandalisieren. Und dann wird sich das auch ändern. Also wenn ihr quasi sowas seht, wo vor barrierefreien Ausbauten geparkt wird, da wird die Zeitung sicherlich sich darauf stürzen. Und dann wird sich das auch ändern. Ein weiterer Fall ist dann einfach, sich auch mal selber bekannt zu machen. Wenn man einen Verein gründet oder eine Gruppe ohne rechtlichen Zusammenhang, also einfach sich privat zusammentut, dann kann man auch mal eine Kampfansage rausschicken, sagen, wir fangen jetzt an, wir werden das Recht auch durchsetzen. Und wenn dann auch mal blöde Kommentare am Anfang kommen, die werden mit der Zeit weniger. Und ihr werdet durch die Beharrlichkeit auch überzeugen, dass sich die Zeiten ändern und dass ihr damit voll auf dem richtigen Weg seid. Am Anfang kann es sein, dass es Gegenwind gibt, aber der wird schnell auf eure Seite umschlagen. Wenn nämlich erkannt wird, ihr seid keine, die sich um ihre eigenen Interessen in ihrer Wohnstraße nur kümmern, sondern um die ganze Stadt. Und dann werden auch Leute sich bei euch melden und mitmachen. Und dann haben wir es eigentlich. Dann gibt es Fälle, die sind quasi vorgefundenes Fressen, wenn man so will. Hier hatten wir einen Artikel, da hat der Chef der kommunalen Polizei sich geäußert, naja, wir können hier ja nicht jeden ahnden und wo kommen wir denn da hin, wenn wir hier das Recht anwenden, sinngemäß. Dann würden wir ja ein Polizeistaat werden und hat quasi derartig ausfallend quasi im Interview gezeigt, dass er in keiner Weise auf der Seite der Schwächeren steht und dass ihm das auch völlig egal ist und dass er das mit allen Mitteln stützen wird. Da hat er also nochmal klargemacht, von wo das Problem ausgeht, nicht von den Beamten vor Ort, sondern von der Spitze. Auf die Fragen haben wir dann eigentlich nur mit ganz vielen Fragezeichen in der Gruppe gesagt, wo fangen wir eigentlich an? Und dann haben wir das auch deutlich kritisiert, haben eine entsprechende Gegendarstellung, Gegenpressemitteilung gegeben und haben auch nochmal erklärt, Es ist eben gerade dann kein Polizeistaat, wenn sich eben Polizei an Recht und Gesetz hält. Und das Gegenteil ist richtig, da wo sie es nicht tut, herrscht Willkür. Und überhaupt die ausfallende Äußerung, wenn man Gehwegpagen nicht verfolgen würde, das sei Polizeistaat, glaube ich in Deutschland mit einer NS-Vergangenheit, dass das dermaßen abstrus und verharmlosend von Regimen, die wir hier schon zum Glück überwunden haben, dass man nicht sagen kann, man würde hier irgendwie Leuten zu Unrecht zu nahe treten. Wir haben demokratisch erstritten, das Recht, es muss durchgesetzt werden. Und deswegen haben wir gesagt, was geht ab? Und ihr seht vielleicht an der Zeile unten, ich bin am 22. August mit der Pressemitteilung von der Stadt konfrontiert worden. Am 6. September gleichen Jahres, also drei Wochen später, hat sich der leitende Verkehrspolizist erledigt. Er ist nicht mehr Chef der Verkehrsüberwachung, arbeitet jetzt dort in anderer Position, jedenfalls nicht mehr leitend. Und das ist natürlich auch ein heftiger Warnschuss für alle Nachfolgenden. Dass sich hier was ändern muss. Und da dürfte er am Ende auch nicht vor zurückstrecken. Es war eine grobe Pflichtverletzung und das war nicht nur versehen. Der hat in jeder Phase es kenntlich gemacht, dass er niemals von seiner Meinung abweichen wird. Und dann muss er letztlich auch sein Amt aufgeben. Er ist nicht arbeitslos geworden, er hat nach wie vor Gehalt, aber eben nicht mehr in der leitenden Position. Manchmal gibt es auch Meldungen, da müssen wir eigentlich ein bisschen schmunzeln. Und da sind dann solche Sachen wie, dass Anlieger sagen, sie haben drei Autos, sie haben auch Stellplätze auf dem Grundstück. Und die Gehwege, die würden doch nur nicht benutzt, weil die so schlecht seien. Die Leute würden doch gerne auf der Fahrbahn laufen. Da weiß man gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Aber das ist letztlich ein Zeichen gewesen. Hier wird jetzt vernünftig kontrolliert und dann wird es auch nicht mehr geduldet. Und hier hat sich der Kampf gegen das Falschparken gelohnt. Und auch da eben wachsam sein, mal Mitteilungen geben und dann kommt es auch in die Presse. Und ihr könnt auch da Bündnisse gründen. Hier haben wir mal ein Bündnis mit den örtlichen Verkehrsbetrieben angestrengt. Nämlich unsere Herak Mobilo, die betreibt die Busse und Bahnen. Die fahren regelmäßig nicht pünktlich, weil Falschparker auf Busspuren stehen, weil die die Straßenbahngleise zuparken. Und plötzlich hat man da eine Verquickung von städtischem Eigenbetrieb und privatem Verein, die gemeinsam Seite an Seite streiten. Und dann wird es auch für die Behörde immer enger. Auch hier helfen euch gerade den Startanfragen. Ihr könnt mal nachfragen, wie viele Verspätungen gibt es. Dann schlackern euch die Ohren, wie viele da auf Falschparken zurückzuführen sind. Und dann wird auch das Problem ganzheitlich betrachtet. Das trifft alle im Umweltverbund, Fußverkehr, Radverkehr, öffentlicher Verkehr. Fast zum Abschluss haben wir noch einen Fall, da hat unsere Umweltdezernentin, die ist nicht für Ordnung und auch nicht für Verkehr, sondern eben für Umwelt, sich mal privat geärgert, dass in der Kita, wo ihr Enkel zur Betreuung geht, jemand falsch parkte, hat das zur Anzeige gebracht. Also letztlich so, wie wir über Wegli anregen. Und dann hat der Ehemann der betroffenen Mutter, die dort falsch geparkt hat, angegeben, die sei hochschwanger, hätte Gleichgewichtsstörungen, kürzlichen Kreislaufkollaps, würde auch in der städtischen Behörde arbeiten. Und der Journalist ist voll an die Seite der Falschparkerin gesprungen. Und das war auch ein ziemlich absurder Artikel und die Reaktion ließ gar nicht lange auf sich warten. Es gab zehn Leserbriefe, die abgedruckt wurden, die allesamt das Verhalten der Falschparkerin kritisierten, die die Dezernentin in dem Kurs unterstützten, die den Journalisten angriffen und da mussten wir eigentlich gar nichts mehr machen. Die haben klar herausgearbeitet, was alles falsch läuft, dass es so überhaupt nicht geht, dass man keine Mitleidung irgendwie spüren kann, wenn jemand vor einer Kita falsch parkt, dann muss das auch geahndet werden. Und entsprechend müsst ihr auch immer klar machen, Leserbriefe werden gelesen von normalen Bürgerinnen und Bürgern, von Entscheidungsträgerinnen, von Politikern. Und wenn die sehen, das Volk sieht ganz anders, als wir das gedacht haben, dann wird sich auch deren Kurs ändern, weil früher dachte man immer, naja, die Autofahrenden, da bricht dann der Zorn los, wenn man die angeht. Und jetzt merken wir, wenn man sie nicht angeht, wenn wir nicht ahnden, dann wird es auch heftig kritisiert. Fazit, da mache ich es mir jetzt leicht, das sind meine Thesen vom Anfang. Ich hoffe, ich konnte euch hinreichend belegen, zum Anfang, dass es eben wichtig ist, demokratisch erstrittenes Recht auch zu vollziehen. Dass es demokratiewürdig ist, das so zu machen und es nicht zu machen, das unwürdig ist. Dass die Vorschriften, solange sie eben nach verfassungskonformen Prozessen zustande gekommen sind, auch angewendet werden müssen. Und wenn wir eben den Polizeistaat und die Willkür nicht haben wollen, dann sollten wir es als Sternschule Demokratie sehen, wenn auch gegen Falschparken auf Gehwegen auf breiter Front vorgegangen wird. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn es ein bisschen länger gedauert hat, hoffe ich trotzdem, dass es interessant war. Wir sehen auch, dass es viele Fragen im Chat gibt. Wir werden noch gleich zu den Fragen gehen. Gebt mir vielleicht die Gelegenheit, noch mal kurz ein Wasser zu trinken. Und der Stefan wird auch eine Sekunde brauchen, die ersten Fragen aufzurufen. Macht euch auch gerne bekannt, wenn ihr euch zu Wort melden wollt. Wir werden nämlich dann gleich auch den Audio-Rückkanal öffnen, ab dem Moment, wo der YouTube-Stream endet. Für alle auf YouTube verabschiede ich mich heute. Wenn ihr in die Diskussion kommen wollt, klickt auf den Link. Hier kommt dann unser Open-Source-Tool rüber. Wir wollen eben einfach nicht, dass Menschen, die hier eine Frage stellen, bei YouTube letztlich landen. Weil wir das ja nicht im Einzelfall ausschließen können. Wir gehen dann gleich in die Frage- und Antwort-Session. Ich denke, wir machen noch mal fünf Minuten Pause. Jetzt habe ich sehr lange geredet am Stück. Und wir sehen uns gleich wieder. Dankeschön. Und wir sehen uns gleich wieder. Und wir sehen uns gleich wieder. Und wir sehen uns gleich wieder. Vielen Dank.